Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer Anfrage von 9-11 Elvin Squad. Endlich geht es weiter und wir sind natürlich mit dabei mit der fantastischen Spieler Lars Paulsen, Gunnar Krupp, Andreas Lynch und Fabian. Und Florian Käufer. Ich kenne ihn, ich kenne ihn. Ich habe ihn extra engagiert heute. Ja, freut mich, dass wir alle mal wieder hier zusammen sind. Es ist eine ganze Weile, hat es gedauert. Weniges passiert bei euren Tieren, aber vieles passiert bei euch. Wie geht es euch? Gute Stimmung? Zauber, alles zauber. Wir müssen nach 10 Minuten Zeit schütten, bis wir mehr bekommen. Nein, ihr habt viel Zeit hinter euch. Das letzte Mal habt ihr es geschafft, endlich Land zu verlassen und aufs erste Schiff zu kommen. Ihr habt drei Pfoten, hat jeder von euch bekommen. Was habt ihr denn gesteigert? Und bevor wir das sagen, erklärt Lars nochmal ganz kurz, ganz knapp, wie das Spielsystem funktioniert, wie das Würfelsystem funktioniert. Für alle, die es vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben. Sollten wir eine Aktion ausführen wollen, müssen wir würfeln. Es kommt aber darauf an, wie gut wir bisher gesteigert haben. Und dafür haben wir fünf verschiedene Würfel. Und zum Beispiel haben wir hier diesen sechsseitigen Würfel, wenn ich bisher gelevelt habe auf einen sechsseitigen Würfel, kommt es darauf an, ob ich eine vier oder höher würfel. Das gilt für alle Würfel. Die anderen Würfel haben natürlich viel mehr Seiten und dadurch lohnt es sich zu steigern, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass man eine vier oder höher würfelt, deutlich steigt. Ja, wie immer könnt ihr die aktuellen Charakterbögen auch auf Facebook einsehen. Da könnt ihr genau sehen, was die tapferen Tiere denn gesteigert haben. Was habt ihr denn gesteigert? Andrea, was ist es geworden? Andrea, Andrea. Geil, ey, der Typ. Hände ich die Fernkampfwaffen? Ich habe tatsächlich, da wir auf einem Schiff sind, noch einmal schwimmen gesteigert. Denkt man natürlich, ja, er ist doch ein Vogel, er kann fliegen, natürlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie unter Deck sind und ich keine Chance habe zu fliegen. Und deswegen habe ich einmal schwimmen gesteigert, just in case. Das heißt, wie viele Schwimmen hast du jetzt? Sechs, tatsächlich. Und habe die anderen zwei Pfoten gespart. Okay, schlecht. Gunnar, musst du noch einen wegstreichen, ne? So, ich habe natürlich auch Schwimmen gesteigert, weil ich nicht weiß, wie lange wir hier an Bord sind und wenn wir irgendwann runterspringen müssen, dass ich zumindest eine Sechs habe auf Schwimmen. Und noch zwei in Klettern, weil so ein Containerschiff, wenn man das hier mal sieht, da sind so ganz viele Container übereinander gestapelt. Und wenn ich dann nicht klettern kann, dann falle ich hier sofort runter. Und deswegen habe ich zweimal klettern, einmal schwimmen. Sehr gut. Genauso machen das erfahrene Rollenspieler auch. Die steigern immer genau das, was gerade jetzt in dieser Sitzung wichtig ist. Und sie brauchen aber sehr gut. Klang ironisch, aber ist völlig in Ordnung. Ist okay. Ja, muss ich doch machen. Ne, wenn ihr aber sofort sagt, nein, wir wollen doch nicht auf dem Schiff, wir klettern wieder runter. Aber mal gucken, was passiert. Ey, wenn wir nicht auf Klettern gesteigert hätten, hättest du uns schön klettern lassen. Alles kann passieren. Und Leute auf einmal können wir fliegen. Also ich habe nämlich auch, weil wir so ein bisschen Panik gehabt haben in der Redaktion Panik hatten, habe ich auch einen Punkt auf Klettern gesteigert. Und ich habe das erste Mal gesteigert meine Spezialfähigkeit, den Schnabeltier-Sinn. Wow. Und zwar habe ich jetzt einen W6-Schnabeltier-Sinn. Vorher konnte ich schon elektromagnetische Felder spüren, was rein gar nichts bringt. Und jetzt kann ich Radiowellen aufspüren, was auch noch nicht so richtig was bringt. Du kannst Radio hören. Aber auch nicht. Ja, tatsächlich sind wir ja jetzt auf dem Weg Richtung New York, Richtung Großstadt. Und dann will ich irgendwann auf Schnabeltier-Sinn W12 kommen. Und das ist WLAN und Internetzugang. Das ist ja mega. Ja, ich bin eine laufende WLAN-Box. Das heißt, du kannst Radio hören. Du verstehst es nur leider nicht, weil du keine Menschen verstehst. Ja, aber wenn jemand ganz nah an meinen Kopf hört, dann versteht er doch, was ich höre. Ich sehe Florentin dann schon... Aber dann spreche ich es nach, was die WLAN-Radio-Wellen sagen. Na gut, das werden wir sehen, wie das funktioniert. Ich sehe Florentin dann schon alte 2001 Webseiten nachbauen lassen von der Graf. Das war tatsächlich eine Herausforderung. So, bringt das denn was, 2001 Internet? Aber wir werden es sehen. Das wird alles nachbauen. Damit wirst du wohl dein AOL-Passwort kennenlernen. Fabian. Ja, ich habe den umgekehrten Gunnar gemacht. Ich habe nicht zweimal klettern, einmal schwimmen, sondern ich habe zweimal schwimmen gesteigert, weil ich das noch auf Minimalwert hatte. Und ich mir vorstellen kann, dass wir das brauchen werden. Und trotzdem auch einmal klettern dann, aus der gleichen Argumentation wie Gunnar heraus, dass wir vielleicht da so ein bisschen rumklettern müssen. Weil wir nur nicht genau wissen, was erwartet uns, wie viele Menschen sind da an Bord. Und wir haben ja auch nicht mehr so richtig gute Fluchtwege und können zum Beispiel nicht mehr wegfahren. Wegfahren, was ja eine blöde Einschränkung für uns jetzt ist. Deswegen klettern. Warte mal kurz. Nicht schlecht. Du hast Nahkampfwaffen auch schon gesteigert. Noch nie benutzt, aber es ist zumindest da gut zu wissen. Das heißt, Anton kann zum Samurai werden. Plötzlich. Ich habe ja auch noch einen Motorrad-Schlüssel. Da müsste ich nur noch fragen, zählt der als Nahkampfwaffe wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht als improvisierte Nahkampfwaffe wie vier Schaden. Kann ich dir geben. Besser als nix. Kann ich dir geben. Was hat mir denn so ein Items eigentlich noch dabei? Bei Gunnar ist schon wieder, Gunnar ist so ein bisschen der Zeugwart irgendwie. Der hat schon irgendwie 200 Karten dabei. Nee, nur so die Highlights. Was sind für dich so... Vorräte von Niki B, Salami und Gummibärchen, wo wir uns im Vorfeld nicht einig waren, ob wir die wirklich haben, weil wir uns nicht so richtig... Doch, die wurden uns so geschenkt, glaube ich. Einen los, aber leider verloren. Ja, leider verloren. Aber vielleicht... Aber das gab es wirklich. Erinnere ich an dieses Gewinnspiel mit dem Toucan bei McDonalds? Ja. Es gibt auch Burger King oder Wendy's. Stimmt, ja. Ein Gurt ist immer geil. War richtig gut. Gurt ist ein Highlight. Regenschirm. Ein Helm natürlich, plus eins Rüstungsstärke. Mein ganz wichtiges Buch, glaube ich, ist das hier. Alles über Schiffe. Es wird so geprunkplaced aus. Alles in dieser Sitzung. Wir kriegen keinen Sinn. Wir haben ein Containerschiff aufgebaut, zum Beispiel, so ein bisschen. Schön. Da können wir, glaube ich, viel lernen. Und vor allen Dingen können wir uns weitere Bücher bestellen. Das darf man nicht vergessen. Mit meinem Internetzugang. Über bol.com. Atlas und meine Augentropfen werden langsam... Langsam immer weniger. Ja. Immer weniger. Ja, ihr seid gut ausgerüstet. Ich bin sehr gespannt, was heute Abend passiert. Wie immer ist alles offen. Wir haben keine Ahnung, was passiert. Alles ist improvisiert. Und wir werden mal schauen, wie ihr euch auf hoher See schlagt. Bis jetzt zu Land. Ihr habt viel Schaden angerichtet, viel Leid und Tränen verursacht, aber auch ein paar Freunde gefunden. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt auf See weitergeht und wo ihr am Ende ankommt, vielleicht am Ende der Reise. Und wir werden gleich noch eine kurze Zusammenfassung sehen, was denn dir das letzte Mal passiert ist, falls ihr da nicht mehr genau so Bescheid wisst. Davon machen wir noch ganz kurz Werbung. Bis dahin nutzt ihr Zeit, den Hashtag zu benutzen. Hashtag 9-11. Könnt ihr wieder posten, was glaubt ihr, was passiert? Wird Billy Nobler wirklich seinen Schnabeltiersinn einsetzen heute? Wird er seinen Giftstachel einsetzen? Wie oft? Was wird Gunnar aus dem Beutel zaubern? Und all das Fragen, die ihr unter Hashtag 9-11 beantworten könnt. Bis gleich. Dann sind wir zurück mit unserem Phantasien-Recap. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück bei Hashtag 9-11-Animal-Squad. Wir sind bereit, einen Blick zurückzuwerfen, was das letzte Mal passiert. Wie kamen die Tiere dorthin, wo sie heute sind? Wir schauen mal rein ins Recap. Viel Spaß. An der Tankstelle ist ein knallrotes Auto vorgefahren. Lass uns das Auto schnappen und damit weiterfahren. Gibst mit einem Flügel einen starken Ruck und schieß nach vorne und bist direkt am Schlüssel. Dein Schnabel packt ihn und du ziehst ihn raus. Yes! So, ich nehme den Schlüssel, den der Baron jetzt hoffentlich bei uns dann fallen lässt. Und hier fadenlos. Du biegst aus der Tankstelle aus. Wenige Meter danach findest du auch ein Schild, auf dem steht Hamburg 22. Go, go, go! Und ihr kommt immer näher und du siehst schon riesengroße Häuser. Könnt ihr schon aus der Entfernung sehen. Das riecht so aus, habt ihr noch nie gesehen. Ihr merkt auch, wie die Gegend ein bisschen runtergebracht wird. Irgendwann geratet ihr dann an so einen Kasten, den ihr auch schon gesehen habt, aber der ist irgendwie ganz löchrig und ist auch so halb zerfallend. Da bleibt ihr denn stehen. Micky B, ich bin Billy Nobler. Wir kennen uns. Wir gehen mal zusammen und gucken. Und plötzlich schlagen die Türen hinter euch zu und du siehst aus der Dunkelheit, wie einige Augen sich aufmachen. Ihr solltet laufen, als ihr laufen konntet. Plötzlich springt zwei der Augen komplett auf euch zu, springt ins Licht. Es ist ein Biber. Er schreit, BIIIIIIIIIici Кол fruit! Hallo, Nicky-Fans, was ihr jetzt schon in der Augen sehen habt. Herzlich willkommen im angesagtesten Ort im ganzen Hafen. Herzlich willkommen in der Muschel. Weißt du, wo New York ist? Weißt du, wie man da hinkommt? Müsst ihr unbedingt nach New York? Ich glaube ja. Nicht in die Gegend davon? Sag uns einfach, wo wir raufhüpfen müssen, um ungefähr in die Gegend zu kommen. Also, wie gesagt, ich kann euch zu einem Schiff bringen, das heute noch ablegt und das in die Richtung fährt. So ein Containerschiff. Los geht's. Ihr seht, dass vor dem Schiff ein großer Platz ist, der relativ frei ist. Und ihr seht so einen großen Kran, der gerade einen von diesen Containern so im Griff hat. Dann hängen wir uns jetzt an den Container ran, Alec. Springt du doch in seinen Beutel und ihr beide hängt euch dran. Ich fliege. Okay, Schiff. Der Container hebt sich in die Lüfte und ihr beiden, Pfoten stramm, bleibt hängen. Und der Container fährt runter und ihr seht, dass unter euch wahnsinnig viele Container sind. Und genau auf einen dieser anderen Container passt genau. Ja, sehr schön. Also, ihr werdet wieder zu Tieren. Ihr schlüpft in Fell und Feder. Und ihr setzt mit einem harten Ruck auf, auf dem Deck des Schiffes. Ihr seid auf dem Container und schaut euch um. Ihr seht erstmal wahnsinnig viele andere Container um euch herum. Hinter euch seht ihr noch den Hafen. Wasser plätschert unter euch und ihr seid auf dem Schiff angekommen. Hallo Leute. Hey. Ich schau mal, wie hoch wir sind. Ihr steht auf dem Container drauf, also ihr seid ungefähr zwei Meter hoch. Also unter uns ist kein Container mehr, sondern wir sind der unterste Container. Ihr steht direkt auf dem Deck, ja. Ihr müsst nicht klettern. Ich würde sagen, wir gehen erstmal runter vom Container, bevor der nächste Container auf uns drauf fällt. Ja, lass mal absischen. Gut, also ihr springt runter vom Container und steht auf dem Boden um euch rum. Wirklich die Container teilweise Meter hoch. Höher als das höchste Haus, das ihr gesehen habt. Höher als der höchste Baum, den ihr gesehen habt. Also unfassbar viel um euch rum Container. Und ihr guckt euch so ein bisschen rum und ihr seht auch, das Schiff ist so aufgebaut, dass sie hier wahnsinnig viele Container hat. Und hier vorne ist so eine große Erhöhung in so verschiedenen Stufen, wo oben dann so ein ganz großer Raum drauf ist. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen in dem Buch von Cooper. Und so genauso sieht das aus. Ein bisschen größer sogar noch. Ach, so ein Ding meinst du hier? So sieht das auch. Und da seht ihr, da oben hinter den Fenstern, seht ihr schon einige Menschen, die da rumlaufen. Und auch oben am Deck, wo es so ein bisschen erhöht ist, seht ihr ein paar Menschen, die haben so ganz blaue und rote Gewänder an. Und die winken so anderen Menschen zu, die unten im Hafen sind und haben so ein Seil, das sie so rumnehmen und werkeln da rum. Aber ihr seid ein ganzes Stück weg. Ihr seid auf dem Deck erstmal. Wollen wir vielleicht irgendwo mal hin, wo es ein bisschen dunkler ist? Weil wir haben noch nie gute Erfahrungen gemacht, wenn wir mit diesen zwei Beinern da in die Büro gekommen sind. Cooper, guck du doch mal in dein Schiffsbuch. Können wir uns irgendwo ein bisschen verstecken oder sowas? Das ist, so Containerschiffe sind da nicht ganz so krass beschrieben. Aber wie man hier auf dem Bild auch sieht, ist dieses Ding, ich mach es mal richtig rum vielleicht. Hier unten ist sehr, sehr viel Platz, ne? Da muss ja auch irgendwas sein. Vielleicht ist da das Essen von den Leuten drin? Haben wir ja noch Essen. Ein bisschen haben wir noch, ne? Wir haben so ein paar Gummibärchen hier, so eine Tüte. Also ich hab keinen Hunger, aber irgendwo. Und so eine Salami. Also ganz klar, ihr seid jetzt noch, ihr seid jetzt nicht irgendwie voller Sicht, aber ihr seid immer noch offen, ihr seid noch nicht versteckt. Es ist jetzt niemand, der euch irgendwie konkret anschaut, aber ihr seid einfach erstmal auf dem Deck oben. Und wollt ja jetzt erstmal euch mal unterhalten. Okay, gut. Ja, dann lass mal gucken, wie es runter geht. Lasst uns da unten reingehen in den Bauch von dem Schiff. Was sehen wir denn vor uns? Wie sieht denn der Boden aus? Sieht man da irgendwelche Lupen? Der Boden ist sehr hart. Hartes Metall, also geriffeltes Metall, fühlt sich für alle, die im Wald aufgewachsen sind, sehr unangenehm. Es ist sehr kalt, sehr hart, sehr unangenehm darauf zu stehen, aber stabil. Musst du googeln, wie so ein Containerschiff Boden ist? Nein. Geriffeltes Metall. Dann bin ich jetzt selber drauf gekommen, dass es aus Metall ist. Wollen wir nur eine Zwischenfrage, dann können wir die erlauben. Okay. Ja, sollten wir uns erstmal vielleicht von den Menschen verstecken, oder? Ja, vielleicht verstecken wir drei uns mal im Baron. Du fliegst mal hier so ein bisschen rum. Ja, flieg mal ein bisschen rum. Fragt mal die Möwen auch. Die Möwen und guckst mal, wo wir runtergehen können, wo eine Treppe ist oder eine Klappe oder irgendwas. Weil hier oben dürfen wir nicht bleiben. Wir verstecken uns mal. Ja. Ich heb ab. Gut. Baron hebt ab und ihr versteckt euch. Nichts hält ihm am Boden. Wo verstecken wir uns denn? Ja, so ein bisschen irgendwo, dass die Menschen uns nicht direkt nah an einem Container sind. Okay, vielleicht zwischen zwei Container. Ja, genau. Ihr geht zwischen zwei Container und es sind wirklich zwei wirkliche Containertürme, die nach oben gehen. Das heißt, ihr seid da relativ gut geschützt von allem, was links oder rechts ist. Und da könnt ihr, habt ihr das Gefühl, ihr relativ gut geschützt seid auf jeden Fall. Genau. Da kommt ihr erstmal an. Also, diese Container sind auch aus Metall, wie gesagt, verschiedene Farben. Ein blauer, ein gelber. Krude Zeichen stehen da drauf. Irgendwie teilweise stehen Stangen ab oder so. Aber ansonsten sind die alle sehr, sehr gleichförmig. Wahnsinnig, wahnsinnig viel davon. Welchen findest du denn schön? Und ihr seid relativ gut gedeckter jetzt erstmal. Den roten find ich schön. Ja? Ja. Das mach ich gern. Sieht aus wie die Orchidee, die ich Mama geschenkt hab mal. Wo ist denn deine Mama jetzt? Die ist tot. Ich wollte nicht drüber reden jetzt. Achso. Geh du erstmal weg. Achso, du bist schon weg. Ja. Okay. Ja, wir warten auf die. So, ich bin in der Luft und schau mich um. Sehe ich irgendwo? Kann ich irgendwo Menschen sehen auf dem Schiff? Ja, du siehst Menschen vor allem in dem hinteren Bereich hier. Da sind einige Menschen am Werkeln. Da siehst du ein Seil, das gespannt ist. Und verschiedene Leute, die da rumwerkeln und irgendwelche Kisten tragen. Einige gehen in so eine Tür rein, in das Schiff selbst rein und kommen wieder raus. Da ist relativ viel Betrieb da. Ansonsten im vorderen Bereich siehst du eigentlich nicht so viel. Ansonsten siehst du das Schiff und in einem Hafen eigentlich, ja, wie man sich es vorstellt, du kannst das ganze Schiff übersehen. Was möchtest du dir genauer anschauen? Wie viele Menschen sehe ich denn da? Du siehst jetzt auf den ersten Blick an Deck vielleicht acht Menschen. Okay. Hat das Schiff eine Art Turm, wo vielleicht nochmal Menschen oben sind? Ja, du siehst hier diesen oberen Teil, wo ein mit Fenstern verkleideter Raum ist, in dem du auch nochmal ein paar Menschen drin siehst. So. Du bist nicht anwesend, Cooper. Ja, aber genau. Ja, 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 ja. Ja, aber kannst du es sagen. Er wird, ist ja Andrea, die mich gezeigt hat. Sehe ich denn irgendwo in unserem Hinterteil irgendeine Öffnung, irgendwas in der Art, wo wir nach unten gelangen können, irgendeine Treppe, irgendwas dergleichen, irgendwas, was offen ist, ein Container, der offen steht, so etwas. Gut, also du fliegst darum, das dauert erstmal eine Weile. Du guckst dir jetzt alles an. Okay. Was macht ihr? Ich frage dich nochmal, Cooper, du hast doch hier, du hast doch einmal dieses Schiffe-Buch und du hast doch auch dieses Buch mit der Welt drauf. Ja. Was denkst du denn, wie lange sind wir denn jetzt hier auf dem Schiff? Geht das schnell? Sind wir morgen da? Das Schiff ist ja noch nicht mal abgelegt. Ich weiß nicht, wie lange das hier bleibt noch. Ja, aber wenn wir ablegen, wann sind wir denn dann da? Und wo geht es überhaupt hin? Ja, das weißt du doch. Das weißt du doch jetzt. Wir wollen doch nach New York fahren. Ja, aber das Schiff geht doch gar nicht in die Richtung. Also geht in die Richtung, aber nicht genau hin. Doch. Das weißt du doch gar nicht. Nein, doch überhaupt nicht. Nein, das wurde uns doch gesagt. Es fällt in die Richtung. Ja. Den Rest laufen wir dann. Ja. Na gut. Oder wir haben ja vielleicht auch noch irgendwo, es wird sehr lange dauern, keine Ahnung. Reicht dir das? Wisst ihr was? Ich habe seit kurzem so ein Gefühl, dass ich gewisse Sachen spüren kann und ich würde das ganz gerne mal ausprobieren, ob man von hier aus vielleicht mehr Informationen bekommt, wo es genau hingeht, wie lange, vielleicht kriege ich da irgendwas raus. Soll ich mich mal kurz konzentrieren? Bitte. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt gehe ich mal kurz in mich. Ich würde gerne den Schnabeltiersinn mal einsetzen auf Radiowellen. Gerne. So. Das ist jetzt der Sechserwürfel. Jetzt gucken wir einfach mal. Ja, ich bin mal gespannt. Zwei. Was wäre denn da passiert? Warte mal. Nee. Nee. Okay, gut. Aber ich habe es ja auch gerade ausgelernt. Wenn das, was passiert wäre. Naja, vielleicht. Ich weiß doch nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Ja, deswegen frage ich ja, was du. Ich habe nur gemerkt, dass ich irgendwie ein ganz besonderes Schnabeltier bin. Okay, gut. Dann gehe ich auch mal kurz in mich und gucke mal, ob ich irgendwas spüre. Guckst du mal. Ich dachte, wir sind Freunde. Wieso veräppelst du mich? Ich merke, dass du mich veräppelst. Okay, gut. Dann lassen wir den. Hat er denn jetzt was gehört? Das ist so eine Nummer. Das ist konstant in seinem Kommen. Gut. Ich habe auch nichts gehört. Komischerweise. Ja, schade. Sollen wir den Wolf noch mal probieren lassen? Nein! Okay, gut. Ich steche dich. Das klingt aber nichts. Doch. Gut. Warum, du siehst, wie ein zweites Schiff herangefahren kommt und sich an dieses andere Schiff andockt und ja, auch da siehst du einige Menschen, die hier stehen, die hier stehen und hier stehen und werfen die irgendwelche großen Sachen rüber und da wird gewunken und gefuchtelt und blä 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 blä. Na, ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja. Bist ziemlich weit weg. Und ansonsten fliegst du rum und du findest hier vorne in dem Bereich auf jeden Fall. zwei Lupen und du findest hier hinten auch eine Luke. Okay, dann kehre ich erst mal zur Gruppe zurück. Ja, der Baron kommt herangeflattert. Und? Hey. Hallo. Also, ich habe ziemlich viele Menschen gesehen oder einige Menschen. Was heißt denn viele? Die sich im hinteren Bereich des Schiffes befinden. Die hantieren da mit Sachen, die machen da irgendwas. Und ich habe so drei kleine Lupen gefunden, so aus Glas. Da konnte man durchgucken. Vielleicht wollen wir da mal hingehen und schauen, ob wir vielleicht reinkommen. Nur mal so gefragt, ob du die Möwen gefragt hast, so wie wir andere. Okay, natürlich nicht. Nein. Wie, du hast nicht mit denen gesprochen? Keine Möwen hier haben. Naja, wir hatten ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit den Möwen, falls du dich erinnerst. Gut. Sie waren richtig doof. Ich probiere einige kleine Sachen kurz aus, okay? Mhm. Blitz! Hä? Hab nicht gesagt. Der Deal war ein anderer. Ja, aber auf dem Schiff sind wahrscheinlich keine Arme. Natürlich, ich fand immer... Okay. Das finde ich ziemlich unverschämt. Wo hast du denn die Lupen gesehen, Baron? Also, ich... Wenn ich euch das auf drei Punkten auf der Karte zeigen müsste, würde ich vermutlich folgende Punkte malen. Einmal am Ende dieses großen Metalldings und einmal vorne bei den Menschen zwei Stück. Dann gehen wir natürlich an das Ende, wo die Menschen nicht sind, was? Okay. Hast du bei den Menschen vielleicht Essen gesehen oder so in den Händen? Ich habe wirklich nichts gesehen. Großen Hunger. Obwohl die Menschen so aussehen, als würden sie sehr viel essen, habe ich nichts gesehen. Das ist jetzt ein Vorteil, dass du reingebracht hast. Aber gut. Ja. Gut. Ich würde ganz kurz auch mal gucken, also so einen Container gerne mal anschauen und gucken, ob man da so reingucken kann, ob das so kleine Schlitze sind. Du gehst dann ein der Container, du suchst dir den roten aus. Roten aus. Und du drückst dich immer da rum und guckst links und rechts und oben unten und du siehst nicht einen. Cooper, kannst du mal lesen, was steht denn drauf auf dem Container? Auf welchem jetzt? Sehr viele. Auf dem roten, wo Billy gerade ist. B857C. Was ist das denn? B857C. Alles klar. Danke. Ja. Kein Problem. Und plötzlich macht der Boden einen kleinen Ruck und ihr seht, wie die Umgebung sich bewegt. Wow. Ihr bewegt euch. Leute. Das Land haut ab. Warum haut das ab? Wahnsinn. Ja doch. Merkt ihr das auch? Oh mein Gott. Natürlich merke ich das. Ich habe nämlich dafür eine besondere Begabung, sowas zu merken. Was ist das denn? Jetzt passiert genau das, was uns angekündigt wurde. Das Schiff bewegt sich. Das bewegt sich gar nicht, das Land? M-m. Ich glaube nicht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Wir fahren nach Amerika. Was ist Amerika? Also ich habe so eine Fahrt ja schon mal gemacht, aber ich habe die meiste Zeit geschlafen. Deswegen kann ich euch nicht viel erzählen. Ich öfter. Du bist schon häufiger Boot gefahren, ne? Ich bin schon häufiger Boot gefahren. Mir wird sehr schlecht gleich. Was? Wir sind sehr schlecht. Kannst du hier vielleicht reinmachen? Aber warte mal kurz. Ich ziehe mal aus meinem Beutel Tabletten gegen die Übelzeit. Okay. Okay. Ja, würfel mal. Irgendwo habe ich vielleicht noch Tabletten. Drei. Oh nein. Ich finde sie nicht. Das ist jetzt dein Ding, was du aus deinem Beutel ziehst? Was denn? Was wir vorher nicht hatten? Ich finde keine Tabletten, aber vielleicht finde ich was anderes. Also, er steckt seine Hand in den Beutel und zieht heraus. Glitschig. Oh, eine Fernbedienung. Cool. Gut, dass wir eine Fernbedienung haben. Kann man die essen? Was macht das? Eine Sturm für Hieb? Wie ist das? Na, kann ich nicht essen, aber kann man... Weiß ich nicht. Aber ich empfange irgendwelche Signale von dem Ding. Ich halte es mal gegen deinen Kopf und drücke mal drauf rum. Ja, macht nicht sonderlich viel. Na gut, schade. Dann ist der Beutel wohl weg. Aber morgen ist der Widerestrinne, ne? Wir sind ja länger hier wahrscheinlich. Wir gehen wohl besser schlafen jetzt. Also, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil wir gehen jetzt da weg von Bela B. Niki B. Von Niki B. Hauen wir jetzt ab. Wir gehen weg von meiner Familie, von allem, die ich jemals kennengelernt habe. Von den Ameisen und so. Ich fühle mich ein bisschen allein. Ich will Freunde finden. Warum das denn? Wir sind doch hier. Ist mal ehrlich. Der war stinkgemein zu mir. Ihr habt doch gar nicht mit mir geredet. Das ist nicht wahr. Wir haben super viele tolle Sachen gemacht, Billy. Du hast gesagt, ich hätte keine besondere Fähigkeit, aber ich bin ein ganz besonderes Schnabeltier. Ich habe dich gefragt, welcher Container der schönste ist. Das war sehr nett. Und wir beide waren zusammen in einem Container, wo wir dachten, dass wir sterben. Da erinnere ich mich auch noch dran. Wir haben noch damals diesen Fisch fangen wollen und sind fast gestorben. Erinnerst du dich? Auch daran erinnert. Das war vorgestern, glaube ich. Nein, ich sage ja nicht, dass ihr nicht meine Freunde seid. Aber vielleicht will ich auch noch ein paar andere Leute kennenlernen. Ich hätte gern was gegen... Dann ist das hier ein denkbar schlechter Ort dafür tatsächlich. Ich schnuppere mal ein bisschen. Gut, dann würfel mal Wahrnehmung und riechen. Wahrnehmung ist ja schlecht. Wahrnehmung. Da du keine Boni hast. Hättest du nicht was aus deinem Beutel holen können. Ich suche nach etwas Tier-Ähnlichen. Ich würfel eine 4. Ich hätte noch Rattengift. Wenn es ganz schlimm wird. Also suchst du jetzt weiträumig oder einfach nur in der Gegend? Ich suche jetzt im... Naja, ich weiß nicht, wie weit so ein Geruchsszenen geht und wie gut ich gewürfen habe. Ich frage jetzt, wie viel Zeit nimmst du so in Anspruch? Willst du jetzt wirklich alle Container abschnuppern? Nö, in der Umgebung. In der Umgebung. Nächsten so 5, 6 Container umrum. Oh, den Typ sehen wir in 2 Wochen wieder. Du schnupperst in der Umgebung ein bisschen rum. Und ein Container fasziniert dich. Der riecht sehr gut. Der riecht sehr angenehm. Aber nicht wirklich tierisch, aber sehr angenehm. Ich versuche mal, ob man da irgendwo reingucken kann und dann Schlitz auf... Du guckst mal rein, aber du kommst näher und es riecht intensiver, aber es ist nicht... Ich klopfe mit dem Schnabel so mal ran. Hallo! Hallo! Doch, 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 doch. Hallo! Doch, 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 doch. Mir ist wirklich sehr schlecht. Leute, kommt mal her! Leute, kommt mal her! Was ist denn da? Ich hab was gefunden, das riecht ganz doll. Ja, wir können da mal reingucken. Ich meine, irgendwie müssen diese Dinger ja aufgehen. Die Menschen müssen da ja was reingemacht haben. Ja, vielleicht mit diesem Ding hier. Mit der Fern... Mit dem Ding da? Mit der Fernbedienung vielleicht. Du siehst, an dem Container steht eine Zahl. 1, 1, 3, 8, 7. Ich drücke halt das mal dran und versuche mal, die Zahlen zu drücken. Du drückst die Zahl, 1, 1, 3, 8, 7. Du kannst doch gar nicht lesen. Doch, du kannst lesen. Und, es passiert gar nichts. Hey, aber schön, das zu gewünscht. Ja, so geht das nicht auf. Das müssen wir mit den Händen aufmachen oder mit den Pfoten. Wenn ihr euch das mal näher anguckt, seht ihr, dass es tatsächlich eine Seite von dem Container immer gibt, wo sowas wie eine Tür sich abzeichnet. Da ist aber immer ein großer Riegel davor, der das Ganze abschließt. Und an dem Riegel ist ein Schloss dran. Zahlen-Code-Schloss? Bei manchen tatsächlich ein Zahlen-Code-Schloss, bei manchen nicht. Was ist denn an dem, wo wir die... An dem ist es ein Schlüssel-Schloss. Ein Schlüssel-Schloss. Entschuldigung. Oh, jetzt wird er auch schon sehr kalt. Ich habe für dich jetzt Mikrofon genießt. Und du hast es weggehalten. Und jeder, der riechen möchte vor allem du, du hast ja eine sehr feine Nase, riechst auch einen sehr intensiven Geruch. Einen guten Geruch? Einen guten Geruch. Schon sauber, oder? Also es ist ein Geruch, der dich wirklich so ein bisschen kuschelig-wohlig... Einfach Wohl-Tür-Geruch. Leute, wir müssen da rein. Wohl-Tür-Geruch. Achter mal, du bist doch der Stärkste von uns. Probier doch mal, wackeln mal in den Schloss hier rum. Du bist gerade wirklich sehr, sehr schlecht. Wieso ist es hier denn schlecht? Kannst du das nicht leiden, wenn das immer so schaukelt? Hör auf, du auch noch. Kommst du da nicht mit Klaren? Weil das so hin und her geht wahrscheinlich, ne? Billy, als du nicht da hin und her wirst, das Schiff fängt richtig an zu wackeln. Komm, wenn wir es zusammen machen, können wir es alles bewegen. Setz dich doch mal hin vielleicht. Und dann? Dann guckst du mal, ob es dir dann vielleicht besser geht. Aber wir müssen doch diesen Container aufmachen. Eigentlich nicht. Wenn es jetzt nicht gut geht, dann nicht. Und wenn ich es nicht mache, schafft es keiner von euch. Ja, hoffentlich für uns. Mach das und danach kriegst du eine richtig schöne Schnabelmassage. Aber nicht, dass wir so viel Lärm machen. Mach du doch, haben wir nicht irgendwas. Dann können wir nicht weg. Lass uns doch mal zu dieser Luke gucken. Dann können wir immer noch an den Container. Wenn wir da reinkommen, dann gehen wir da erstmal rein. Ich hätte hier mal einen Schlüssel, wenn du noch mal versuchen würdest, das mit dem Schlüssel aufzumachen. Ich würde Technik nutzen. Ja, du drückst den Schlüssel rein. Passt nicht. Also ganz ehrlich, wir können natürlich jetzt wieder 20 Minuten zu der Luke laufen. Oder wenn wir die jetzt einfach mal an dem Container sind, können wir es zumindest schon mal versuchen. Es wird nichts passieren. Die sind doch ganz weit weg, hast du doch selbst gesagt. So weit weg nur auch nicht. Schlag einmal dagegen. Also was versuchst du? Sie mal dagegen schlagen? Alter. Ja, das bringt nichts. Warum nicht? Das ist, hast du es nochmal gegengefriegt? Führe erstmal nach, wie hart. Es ist sehr, sehr widerstandsfähiges Metall. Ich habe das noch nicht in meinem Leben gesehen. Ich habe keine Ahnung. Du hast doch bisher alle Türen aufgepricht. Nein, mach das nicht. Das ist ganz laut dann. Ja, es ist ein bisschen laut. Wir sind ja auf dem Schiff, da hört uns niemand. Doch. Du meinst das all. Da hört sich niemand. Auf dem Schiff schon. Ist das nicht das Gleiche? Nein. Ich bin nicht dafür, dass ich dagegen haue. Tatsächlich. Gut, dann lassen wir es. Komm, wir gehen zur Luke. Wir können ja später nochmal, vielleicht finden wir ja was, womit wir es einfach so aufmachen können. Ich rieche nichts. Es riecht erstmal nicht nach Futter. Du riechst es richtig, richtig gut. Jetzt rieche ich es auch richtig gut, aber mir ist es noch sehr, sehr schlecht leider. Ich mache gar nichts essen. Ja, aber wie soll das dann jetzt weitergehen mit dir, wenn dir jetzt dauernd schlecht ist? Das geht nach drei Tagen weg ungefähr. Drei Tage? Drei Tage auf See, dann ist alles gut normalerweise, glaube ich, ungefähr. Vielleicht auch vier. Das sind Tage. Tage, also Mitte 2018. Wieder hell. Das ist dann nicht mehr schlecht. Der Tag, weißt du? Ah, kennst du, ne? Gut, ich bin da auch dafür, dass wir zur Luke gehen. Gott, ab geht's zur Luke. Alles klar, ihr geht zur Luke. Ihr schlängelt euch durch den Container durch. Es ist sehr leicht, da die Orientierung zu verlieren, weil es wirklich viele sind. Und ihr lauft links, rechts. Du musst immer Bescheid sagen. Stimmt, kann ich doch. Steht ihr plötzlich wieder von dem Container und dreht euch wieder um. Okay, soll ich nicht mal gucken? Ich fliege in die Luft. Du fliegst da oben. Du führst uns einfach. Lotse die Gruppe zur Luke. Er lotst euch mit sehr klaren und verständlichen Anweisungen. Rechts, links, irgendwie. Ne, wartet zurück. Da vorne rein. Ihr kommt an der Luke an. Es ist eine sehr große, sehr schwere Metallluke, die da vor euch ist. Die wirklich, also ihr könnt euch alle vier draufstellen. Ihr habt genug Platz. Ist da ein Griff dran? Da ist ein großer Griff dran, ja. Kann man aufmachen. Du nimmst den Griff in die Hand und kannst mit ganzer Kraft den Ring des Griffes hochheben. Schlüpf mal rein, einer der klein ist. Belli, geh rein. Oder lass uns doch draufhauen. Würfel mal Stärke. Also du versuchst den Luke zu öffnen. Ja. Würfel mal Stärke. Könnt ihr das nicht zusammenversuchen? Das machen wir gleich. Ja. Die geht nicht auf. Sieben. Geht nicht auf. Plus eins. Acht. Geht nicht auf. Tut mir leid. Und was kann ich, wenn man klein ist, kann ich da rein oder was? Ne, was? Wollt ihr es mal zusammenversuchen? Aber einer kann doch rein jetzt, ein kleiner Mensch. Nein, die geht nicht auf. Achso, ich dachte. Du hast den Ring hochgehoben für die Luke. Sagen die, die Klinkel. Das ist wirklich eine große Luke. Aber wie geht das denn auf, wenn du... Soll ich vielleicht diesen Gurt da einmal ummachen? Wir ziehen alle zusammen. Das können wir machen. Gesundheit. Dann würde ich jetzt diesen Gurt da einmal um... Alles klar. Du wickelst den Gurt um den Ring und ihr stellt euch alle gemeinsam auf und zieht so fest ihr könnt. Und ob ihr es schafft, die Luke zu öffnen oder nicht. Das und mehr seht ihr gleich nach der Werbung. Hashtag 9-11. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Hashtag 9-11-Endersquad. Unsere vier tapferen Helden haben gerade einen Gurt um eine schwere Metalltür geschlossen und versuchen sie jetzt in gemeinsamer Kraft aufzustemmen. und wenn ihr gemeinsam eine Stärke von 25 oder mehr schafft, dann könnt ihr sie öffnen. Können wir würfeln. Ich habe Plus 1. Guni kommt. Guni macht 2. Also Guni hat 3. Ne, 2. Ne, 2. Du hast eine Plus 1. Achso. Ich habe eine 1 gewünscht. Okay, 2. Stärke noch. Noch eine 1. Okay, wir können es vergessen. 3. Jetzt geht es richtig los. 5. Oh, wir können Asse schaffen. Ach, der hat es stimmt. Asse, jawohl. 6 noch mal. Ach, scheiße. 6 ist nicht. 14, also ihr stemmt euch und zieht, was eure kümmerlichen Beinchen hergeben, aber da drückt sich gar nichts. So, hier kommen wir nicht rein, aber waren da nicht Zahlen teilweise an diesen Kontinern? Ja. Können wir nicht da mal hingehen und gucken, ob wir das vielleicht in irgendeiner Weise lösen können? Das Problem ist, dass es ein Schloss mit einem Schlüssel rein muss und keine Zahlen. Nein, es gibt aber auch Schlösser mit Zahlen. Genau. Ja, ja. Sollen wir da mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas eingehen? Aber du willst doch am liebsten zu dem Container mit diesem richtig geilen Geruch. Da würde ich voll gerne rein. Und der Schlüssel ist, wir können ja vielleicht mal gucken, was auf dem Container draufsteht. Vielleicht steht das ja auch irgendwo auf einem Menschen drauf. Nee, das ist Quatsch. Aber vielleicht. Ich habe vorne auch noch so ein ganz kleines Schiff gesehen, vor dem großen Schiff. Aber da sind bestimmt Menschen. Fett ist da vorher. Ja, das macht gleich zu. Das ist das Ziehen quasi. Können wir das Schiff nicht fragen, ob die die Luke aufmachen können? Das Schiff verstehen habe ich noch nicht gelernt. Ja gut, dann bleibt uns dann eine Möglichkeit, den Typen zu finden, der einen Schlüssel hat. Okay. Was aber natürlich schwierig ist, weil diese Container ja unglaublich viele Container sind. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn wir so viele Schlüssel haben wie Container, es wird ja irgendeine Situation herzufahren. Aber die haben doch nicht hier, guck mal, hier sind doch bestimmt, weiß ich nicht, hunderte Container. Die haben ja nicht für jeden einen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, der passt in alle diese Schlüsse. Wir müssen den Hausmeister finden. Genau. Also. Wer, wer, wenn du mal hochfliegst und guckst, ob hier nicht jemand zufällt. Ich halte ausschaut, ob jemand mit mindestens 200 Schlüssel. Alles klar, wir müssen mal in Warnung. Sechs. Okay. Welcher ist der Sechsterwürfel? Der normale, ne? Ja, sechs. Das ist eine Sechs. Zwei. Also. Plus eins. Ja, du schaust dich um und du siehst mit adelsgleichem Scharfsinn, siehst du tatsächlich hier bei diesem erhöhten Gebiet, bei diesem großen Ast des Schiffes, siehst du einen Menschen, der hat irgend so was Weißes in der Hand. So ein bisschen wie das, was Cooper immer hat. Und er hat ein Dokument in der Hand und blättert da rum und guckt da hin und her. Und du siehst an seinem Gürtel, siehst du einen metallischen Gegenstand als Schlüssel. Okay. Dann kehre ich zur Gruppe zurück. Ich stelle ihm das Bein. Was hast du gesehen? Leider nichts gefunden. Doch, da ist offensichtlich bei den Menschen ist einer, der verhält sich anders als die anderen Menschen. Okay. Er hat auch irgendwas Metallisches an seinem Körper und er hat auch so ein Buch gelesen. Also der kann auch lesen. Der scheint also einer höher gesteckt zu sein von den Menschen. Vielleicht. Ist er alleine? Dann kommen wir in den ran. Na ja, er ist halt in diesem Glaskasten, da sind noch einige andere Menschen. Er ist nicht alleine. Er ist nicht alleine auf dem Schiff. Ich mach wieder mal einen dummen Vorschlag vielleicht. Vielleicht pickst du mal gegen die Scheibe und versuch den rauszulocken. Stimmt, da haben wir eigentlich eine gute Erfahrung gemacht. Der ist schon draußen. Der steht schon an Deck hier hinten. Steht der da alleine oder wo steht der? Relativ alleine? Hast du noch mehr Leute gesehen? Also hast du viele Informationen, du mir als erstes gesagt hast. Er ist nicht im Glaskasten. Er ist einfach da blind vertraut, was meine Augen gezeigt haben. Vielleicht könntest du mal tollen und ihn dann rüberlocken durch den tollen. Ich könnte mich hier auch als Frau verkleiden. Ja, technisch gesehen bist du immer noch als Frau verkleidet. Ja. Was habe ich denn? Ich könnte ihn auch anlocken mit Huhu. Stell mir wieder das Bein. Okay, aber ich bin eigentlich ziemlich gut bei heimlich, ne? Bin auch gut. Vielleicht könnte ich versuchen. Ich könnte auch so ein paar Münzen. Ich habe noch so ein paar Münzen in diesem Beutel drin, dass ich die da hinwerfe. Das ist ja angeloppte vom Mammon. Vom was? Vom schnöden Mammon. Vom Reibach. Kannst du vielleicht gucken, ob irgendein Mensch gerade an einem Container dass der noch offen ist oder der den gerade aufmacht oder so? Kannst du da nochmal rumkicken. Ich würde nochmal in die Lüfte. Ja, du steigst in die Lüfte mal wieder. Um diese Informationen zu kontrollieren. Würfel mal bitte sehen. Nochmal auf Wahrnehmung. Das ist eine 6. Das ist eine 6 wieder. Alter, wir wissen alles gleich über das Schiff. 4. Du hast wirklich komplett alles im Sicht. Du hast jeden einzelnen Container gecheckt und du siehst nichts. Kein Container. Leck mich am Arsch. Also, warum lässt er ihn dann würfeln, wenn er es mit 18 oder so nicht funktioniert? Ja, wenn es Informationen nicht gibt, dann kann er sie auch nicht bekommen. Ich konnte richtig weit gut sehen. Jetzt sagt man. Wirklich beste Sicht gehabt. Wirklich. Und habe nichts gesehen tatsächlich dergleichen. Was das weiterbringt in der Geschichte. Also, wir könnten natürlich versuchen, das wieder im Sturzflug irgendwie zu klauen. Das wäre noch eine Option. Aber dann ist das Schiff natürlich irgendwie in Alarmbereitschaft. Also, wenn wir hier einmal Alarm schlagen, dann können wir halt nicht einfach irgendwie in den nächsten Wald fliehen. Wir könnten dann auf das kleine Schiff gehen und damit wegfahren, wenn es brenzlig würde. Ich kann das ja fahren. Hat der was zu essen gehabt auch? Ich habe vergessen, dass du auch ein Schiff zu überschauen hast. Ich habe jetzt mal eine andere Idee. Ich habe mal tatsächlich gelesen, dass wenn Menschen Rattengift essen, denen einfach nur schlecht wird und sie sich übergeben, wenn die sich dann übergeben, dann könnten wir vielleicht den Schlüssel klauen. Du meinst, weil er vorher den Schlüssel gegessen hat? Nein, wenn der kotzt, so wie ich wahrscheinlich auch bald, vom Rattengift, dann könnten wir unbemerkt den Schlüssel klauen. Ich habe das Gefühl, es googelt gerade jemand, ob das möglich ist. Wollen wir das probieren? Aber stell dir mal vor, der stirbt, dann fahren wir bestimmt zurück. Nein, der stirbt nicht. Rattengift ist nicht so schlimm für Menschen. Wir machen nur ein Rattengift rein. Ein Rattengift. Eins Rattengift. Rattengift sind so kleine Menschen und Menschen sind so große Menschen. Ja, dann lass uns das mal tun. Gehen wir mal zu den nächsten Menschen. Willst du mal ein Rattengift in deinen Schnabel nehmen? Sort, aber ganz vorsichtig. Der hat sich das nicht auflöst. Und das soll ich einfach ihm auf den Kopf fallen lassen und hoffen, dass es frisst? Wie bei deinen Kindern. Okay, soll ich den versuchen zu füttern? Ich glaube, das ist zu gefährlich. Ja, das ist doch Quatsch. Vielleicht isst aber gerade jemand was. Dann könntest du es da reinmachen. Vielleicht hast du noch was zu essen, wo wir das reinmachen können. Dann kriegt er das. Gummibärchen! Gummibärchen! Geil. Ihr habt tatsächlich noch eine Packung Gummibärchen bekommen von Niki Behn. Austausch für einen Porsche. Ohne Salami! Salami vielleicht? Lass mal die Salami behalten. Nee, Gummibärchen. Ja, Gummibärchen. Aber guck mal, die Menschen haben doch hier Essen. Der ist doch jetzt keine Salami, die er hier auf dem Schiffen wird. Kann man immer mal zwischendurch essen, finde ich. Komm, wir machen jetzt, wir nehmen mal die Packung Gummibärchen. Du machst die auf. Und dann machen wir in die Beeren so ein bisschen Rattengift in zwei, drei Reihen. Okay, wir müssen mal basteln. Nee, er muss auch das machen, ne? Ich hab ihm das gemacht. Wir gucken erstmal, wer das versucht. Ja, ich würde das mal versuchen. Ja, wir müssen mal basteln. Das ist acht. Sind sie? Oh, ist eine vier. Das ist eine drei. Na gut. Also, etwas krude, aber immerhin du kriegst es hin. Du nimmst mit deinem Schnabel das Rattengift und drückst es in die Gummibärchen rein. Und hast einige. Wie viele Gummibärchen möchtest du denn herstellen auf die Sache? Wir haben nicht so viele. Zwei. Zwei. Du hast zwei vergiftete Gummibärchen. Alles klar. Ich hab die Wahl, alles zu sagen. Ich sage zwei. Gut, du hast zwei vergiftete Gummibärchen in deinem Schnabel. Cool. Okay. Wie bringen wir die denn dahin? Machen wir die Tüte dahin? Bringen wir die ganze Tüte? Machen wir die wieder in die Tüte rein? Bringen die Tüte? Oder zum Schlausen vielleicht? Warte nicht, aber dann könnte er die vielleicht teilen. Aber ist doch keine... Wer isst denn Gummibärchen, wenn die aus deinem Schnabel kommen? Ich nicht. Nee, aber vielleicht machen wir nur zwei in die Tüte. Ganz kurz. Zwei Gummibärchen? Zwei schafft man. Ja. Ganz kurz. Okay, machen wir alle Gummibärchen raus? Ja. Leute. Dann haben wir noch mehrere Versuche später. Ich weiß, ich hab mich heute noch nicht so besonders klug angestellt. Aber das kennt ihr ja von mir. Mir ist jetzt aber dann doch eine Idee gekommen. Und zwar... Also ich hab jetzt schon die vergifteten Nigger am Mund. Ja, aber können wir die nicht... Also die können wir ja schon mal behalten. Aber ich will nur was in den Raum werfen. Und zwar, ich bin ja ein besonders talentiertes Schnabeltier. Ich hab ja ganz verschiedene Fähigkeiten. Ich hab zum Beispiel die Fähigkeit, W12, unseren Mann mit dem Schlüssel zum Beispiel zu pieken. Und dann kann ich quasi Kontrolle über diesen Menschen haben. Das klingt sehr viel einfacher. Vielleicht hättest du das sagen können. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber wir haben ja die präparierten Sachen für die Zukunft. Ich könnte ihn stechen. Du behältst seinen Schnabel, ja? Aber du musst erst mal hochkommen, ne? Ja, ich geh da heimlich hin. Stech den Jungen. Du musst da auch hochkommen. Ja, so... Da ist doch ne... Du hast das doch gesehen. Da ist so bestimmt ne Treppe. Die Menschen müssen da ja auch hochgehen. Ja, da ist ne Treppe. Da ist ne Treppe. Und du könntest mich auch fliegen. Und dann stech ich den. Und dann lass ich den mal den Container, der so gut riecht, aufmachen. Oh ja. Was sagt ihr denn dazu? Wenn ich allerdings das nicht schaffen sollte, kommen wir wieder zurück zu dem Rattengift. Okay. Aber sollten wir nicht dann, wenn wir schon jemanden kontrollieren, das nutzen, um mehr als einen Container aufzumachen? Vielleicht könnt ihr ja noch die Gummibärchen essen danach. Ich hab 60 Sekunden Zeit, das kann ich euch schon sagen. Das schafft der nicht. Aber stell dir mal vor, das klappt nicht. Und der packt dich einfach und wirft dich hier ins Wasser. Dann schwimm ich. Ich bin Superschwimmer. Stimmt. Wir sehen uns dann in drei Folgen wieder. Wir sehen uns in drei Folgen wieder. Dann lass uns das machen. Im August erst. Aber lass uns machen, wenn du den kontrollierst, dass du den Schlüssel einfach in unsere Richtung wirfst. Weißt du? Dass du nicht dann noch... Also erstmal 30 Sekunden laufen vielleicht. Das ist 60 Sekunden zu lang. Wir können ihn auch dahin locken und dann steche ich ihn erst dort. Ihr lockt den zu dem Container. Wie soll man das denn machen? In irgendeiner Weise lockt ihr zum Beispiel, ihr klaut irgendwas, einen Hut oder so. Du klaust einen Hut. Wir locken den zum Container. Ich steche ihn. Wir machen das Ding auf. Und mach vielleicht noch zwei, drei andere auf. Und dann lasse ich den wieder anbauen. Und dann lassen wir... Ist der vielleicht noch die Gummibärchen? Ja. Damit wir die nicht umsonst gemacht haben. Damit er noch kotzen muss. Ja. Okay. Dann suche ich jetzt erstmal... Mir ist es auch sehr schlecht. Dann suche ich jetzt erstmal einen Hut, den ich ihm dann später gebe, damit ich ihm den klauen... Na guck mal, ob der vielleicht einen Hut auf hat. Das ist eine Matrose. Okay. Was ist der Plan? Das ist der Plan. Ich fliege erstmal in die Luft. Du fliegst in die Luft? Du hast noch die Gummibärchen im Mund. Okay. Bist du auch schon abgehoben. Mit Gummibärchen? Gut. Und ich verstecke mich da bei dem Container, den wir öffnen wollen. Alles klar. Gut. Also, dann zeichne ich jetzt mal hier ein, dieser Container. Ich will das auch nicht. Du bist bei dem Container. Alles klar. Der Baron steigt mit den Gummibärchen im Schnabel. Ja gut, die lege ich dann doch nochmal ab, oder nicht? Ja. Aber merke, wo du sie hingelegt hast. Ja, dann gebe ich die... Kann ich die in deinen Beutel tun? Das ist schlecht, wenn sie das auflöst. Ich würde sagen, wir schütten die andere Gummibärchen-Tüte hier irgendwo hin. Und machen nur die zwei da rein. Und wir essen die anderen auf. Ich habe auch jeden mega Hunger. Mir ist zwar sehr schlecht, aber Gummibärchen gehen, glaube ich, noch gerade. Okay, klar, ne? Okay. Gut. Du hast jetzt eine Gummibär-Tüte, in der nur zwei Gummibärchen sind. Die beiden, die ihr vergiftet habt. Ja, dann würde ich jetzt essen. Das ist okay für euch. Das ist okay. Ich glaube, das ist besser gegen meinen Magen. Ja, macht das. Wir helfen auch gegen den Magen. Klingt zwar nicht so klug, aber mach. Dann esse ich jetzt alle Gummibärchen auf. Alles klar. Gut. Baron, du steigst in die Lüfte. Dir fällt relativ schnell auf, dass dieses Schiff hier sich gerade löst von dem großen Schiff. Da werden gerade die abgewickelt hier, die Seile, werden mich zurückgeworfen, wieder winken, winken, rufen. Hey, hier kurz, zu mir passt, wunderbar, perfekt, geile Sache. Und du fliegst hin und du bist relativ unauffällig. Also du kannst landen, wo du möchtest. Und du näherst dich dem Einmatrosen mit dem Dokument in der Hand. Okay. Hat er denn Kapitänsmütze oder irgendwas dergleichen auf? Das liegt außerhalb deiner Kompetenz. Er hat keine Mütze auf. Hat er etwas auf seinem Kopf? Nein. Hat er eine Brille auf? Er hat keine Brille auf. Er hat ein Dokument in der Hand, das er gerade anguckt, wo er so hin und her blättert und so guckt. Aber das ist... Und wieder Sachen genauer anguckt und hin und her. Okay, das ist aber vermutlich, kann ich das abschätzen, das ist vermutlich zu schwer für mich. Das Dokument, oder? Nee, das Dokument ist okay. Das schaffe ich? Dann würde ich versuchen, ihm das aus der Hand zu reißen, tatsächlich. Gut. In einer überhasteten, nicht richtig zu Ende gedachten Aktion. Gut, das heißt, du würdest dann aber die Gummibärchen verlieren. Ja, die hatte ich doch bei ihm gelassen. Alles da. Dann brauche ich eine Fliegen- und dann eine Gewandtheitsprobe, ob du es schaffst, dir zu packen. Geil. Okay. Gut. Du hast es. Du machst es. Fliegen ist 8. Das wird wahrscheinlich... Ja, okay. Plus was? Zwei plus was? Er fährt gegen die Scheibe. Ja, du fliegst und du fliegst wieder in einem Schussflug. Genau neben ihn trägst du Gegenmetall, kriegst zwei Schaden und du sitzt erstmal neben ihm. Die Person dreht sich zu dir um und guckt dich an. Habe ich eine Aktionsmöglichkeit? Ja. Kann ich tollen? Kann ich tollen? Gerne. Also er hat 1, plus 1 auf süß heißt das für mich. Ja, dann so viel mal süß. Dann habe ich den 4er Würfel, das ist... Ne, Quatsch, den 6er Würfel. Das ist der hier. 5, plus 1, 6. Alles klar, also du tollst herum, du windest dich auf dem Metallboden hin und her, du stehst auf, springst von einem Fuß auf den anderen, Flügel auf, hin und her und der Mensch guckt dich an. Guckt dich an. Okay. Er ist erscheint erstmal nicht aggressiv dir gegenüber. Okay. Dann ähm... Schüchte ich ihn ein? Nein, natürlich nicht. Rudy! Nein? Schau dir das mal an, Mensch! Ah ja, okay. Rudy! Das dauert nicht lange und ein zweiter Mensch kommt dazu, der seinen Kopf rausstrückt. Oh, was ist das denn? Das ist ein gutes Zeichen. Oh Gott. Schwarzer Rabe, muss man vorsichtig sein, ne? Ist das ein schlechtes Omen? Ähm... Oh fuck, ich habe auch noch kein Geräusch gehört auf dem Schiff oder so, ne? Ich wusste gar nicht, dass es hier Raben gibt, Mensch. Oh Mann. Seit 10 Jahren mache ich jetzt den Job und habe noch nie einen Raben gesehen. Ich weiß es auch nicht. Das ist aber ein ganzer Lieber, der ist ja richtig putzig. Wo kommst du denn her? Er beugt sich zu dir. Ja, wo kommst du denn her, du kleiner Flattermann? Ich gehe so vorsichtig gegen sein Gesicht und streiche es. Oh, willst du mit uns mitfahren oder was? Er nimmt den Finger und tupst dir auf den Kopf. Ich nicke. Willst du mitfahren mit uns oder was? Ich nicke. Willst du ein richtiger Seegrabe oder was? Ja, ich nicke. Richtiger Seegrabe. Ich krabbel, ich versuche an ihm langsam so auf seinen Schuh zu krabbeln. Aha. Er lässt das geschehen. Und... Rudy, guck dir das mal an, Mensch! Kann ich hochfliegen so auf seine Schulter? Kannst du auch machen. Der Pirat, Alter. Kannst du tun. Er fliegt auf seine Schulter und er... Arrrr, wie ein richtiger Pirat, Mensch, du! Guck dir das mal an, du! Rudy, Rudy, guck dir das an! Ich kann nicht mehr an. Ich reiche so gegen seinen Kopf. Oh, Mensch! Nee, der ist ja netter als meine Frau, du! Hey, 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 hey! Gib mir mal ein Stück Gäser, du! Und ich würde noch einmal... Kann ich noch einmal versuchen, ihm jetzt quasi, weil er vielleicht ein bisschen... Von der Kamera machst du mir den Rand ab, oder was? ...sein Gar Down ist, aufgrund dieser süßen Einlage, nochmal an das Dokument zu kommen. Ähm, ja, wie möchtest du das tun? Also, ich sitze auf seiner Schulter. Süß verspielt oder aggressiv? Das ist einfach herkommen. Äh, ich würde... Na gut, eigentlich geht wahrscheinlich nicht, er merkt es schon, wenn ich noch einmal das Ding in seiner Dings hab. Ja, du bist ja ein ganz ein schöner, du! Ja, ich versuch's erst mal ganz... Ich stürf's dir so auf den Schnabel. Ich versuch's... Oh, du bist ja ein ganz ein schöner Mensch! Was ist das denn? Was hat der denn da? Guck dir das mal an, Rudy! Was ist das denn? Ich will... Guck mal! Was ist das denn? Das zieht ja richtig ab. Ganz süß versuchen, es so mal spaßeshalber mal so ein bisschen dran rumzukehren. Dann würf ich mal süß. Süß spielerisch versuchst du nach dem... Sechs. Oh, Mann! Ja, drei. Ja. Also du knabberst so ein bisschen... Demma ist ne vier, aber diesmal ist wirklich ne drei. Du knabberst an einem Dokument rum und er tut das so ein bisschen weg. Das ist ja auch nichts für dich, Mensch! Rudi, hast du was für'n Raben, du? Was fress' den Raben, du? Oh, da ich das verstehe, warte ich noch kurz auf die Antwort von Rudi. Hol' mal ran! Rudi holt eine Packung Gummibärchen. Streckt ihr ein Gummibärchen entgegen. Ja, Mensch, guck mal, das weiße für dich! Oh, guck dir den mal an, Mensch! Guck dir den! Ich koste es und... Ja, ey, ich muss nochmal versuchen, das zu klauen. Aber... Wie? Nein. Ich hab mir noch nichts gesagt. Ja, was soll ich sonst machen? Du bist ja auch ein süßer Mensch. Wie heißt du denn? Krill. Krill? Krill. Krill heißt der Mensch. Ja, herzlich willkommen, du! Ganz ehrlich, ich bleib erstmal bei ihm. Ist mir egal. Ich bin jetzt dein neues Haustier. Du bleibst auf deiner Schulter sitzen? Okay. Das dauert ganz schön lang, was? Also irgendwann, ähm... Ja, so eine gute Idee. Zurück zu euch. Er ist weggeflogen und... Wie lange ist er jetzt schon weg? Zwei Tage wahrscheinlich. Warte, zehn Minuten oder so? Zehn Minuten. Kannst du bis jetzt klein sind hier, kannst du mal um die Ecke gucken und mal gucken, was er macht? Dahin wieder? Nee, nur mal um die Ecke gucken. Mein Stachel ist schon scharf. Ja, mach ich. Wo möchtest du hin? Ich gehe so nah, wie es geht zu dem Ort hin, wo ich vermute, dass dort auch der Rabe ist. Ja, das ist kein Problem. Du hast hervorragende Deckung. Du kannst dich ohne weiteres anpirschen und beobachtest und siehst... Kommt ihr mit? Nee. Nee, wir bleiben da hinten. Bin ich in Rufe... äh, Weite. Wenn du richtig laut quiekst. Aber du siehst, dass Baron auf der Schulter steht. Zwei Menschen, eine der Menschen entfernt sich gerade. Okay. Rudi geht. Ich... achso. Ich versuche, mich erstmal so zu verstecken, nur dass ich nicht in Sichtweite bin, dass ich irgendwie in der Treppenstufe oder sowas bin. Ja. Aber versuche dann so laut, wie es geht, Andreas, äh, dem Baron was zuzurufen. Gut, dann ruf. Baron! Baron! Ja... Du hast Schwierigkeiten, um die Balance zu halten, weil der Mensch, auf dem du sitzt, sich umdreht. Warte, ist das denn? Was war das denn? Krä. Das habe ich auch nie gehört, Mensch. Krä. Das war deine Freundin? Krä. Krä. Oh Mensch, du bist mir einer, du. Du bist mir einer. Krä. Jetzt, Lo, geh doch zu uns. Flieg einfach mal mit mir zurück. Was ist denn das, Lo? Immer nur ganz kurz fliegen. Krä. Er kommt doch dir hinterher, der ist doch, er mag dich doch. Und dann gehe ich wieder weg. Und ich gehe wieder zum Verstecken. Ähm. Ja, gut, Mensch. Du, ich muss arbeiten, aber Mensch, du kannst dir bei mir bleiben. Er guckt wieder in sein Dokument und blättert darin um. Ja, gut, dann fliege ich halt so ein bisschen weg auf den nächsten Vorsprung. Ja. Von seiner Schulter. Mhm. Und drehe mich zu ihm um und krähe ihn an. Okay. Ja, er guckt dich an. Ja, was denn? Willst du noch eins? Ich nicke. Er geht in die Tür. Also zu mir? Nee, in die Tür rein. In das Schiff. Er kommt wieder raus. So, eins noch, Mensch, aber nicht zu viel, mein Lieber. Ich nehme das so, kriege es aber nicht ganz und fliege noch ein Stück weiter. Weg in Richtung von Willi. Ja, warte, nun. Er geht dann näher an dich. Ich gehe wieder so ein bisschen an. Warte, ist denn los, Mensch? Bist du sehkrank oder was? Ich gehe ein bisschen, aber lass es so fallen, so ungünstig. Ja, okay. Ich fliege noch ein bisschen weiter weg. Ja, nimm doch. Er nimmt es auf und legt es so auf seine Handfläche dir hin. Bin ich schon sehr nah an den Jungs dran? Oder muss ich das noch 100 Mal machen? Nee, du bist schon ein Stück weiter gekommen. Du bist ungefähr auf halber Distanz. Okay, ich versuch es noch ein letztes Mal, nämlich oben, ein paar Meter auf diese Weise zurückzuholen. Ja. Oh, Mensch. Wie stellst du dich in On-Mensch? Oder er geht zwei Schritte weiter auf dich zu und hält dir nochmal das Gummibärchen hin. Jetzt. So. Hilfe! Nee, schaff ich's nicht. Also er ist gerade zu ihm runtergebeugt. Sehen wir das? Jetzt kann ich hin. Wir nicht. Ich würde jetzt natürlich versuchen, dorthin zu rennen, so schnell wie ich nur kann. Ja? Schnell oder heimlich? Heimlich. Gut. Dann dürfen wir heimlich. Sehr langsam. Aus deiner Hand. Ja. Heimlich hab ich den Zehnerwürfel. Und dann machst du mal den Sechser bitte weg. Danke. Das ist der Sechser, ne? Ich mach hier die Zehn kurz. Yeah! Die Zehn. Und nochmal. Nice. Meister dich, blitzschnell, schnellst du aus deinem Verstecker ran und stehst direkt neben dem Menschen. Und ich stech ihn. Stech dann. Wiffle mal Gift. Gift mit dem W12er-Würfel. Wow. Easy. Kannst du schon. Bitte, bitte, sag mir doch. Ja! Acht. Dann hätte ich jetzt gerne fünf Giftpunkte. Nö. Eins, zwei, drei. Und jetzt passt der Schüssel gleich nicht. Wetten? Fünf. Es ist gar nichts drin. Fünf Giftpunkte. Gut. Also, du siehst, wie plötzlich aus dem Versteck Billy Nobler herangesprungen kommt, seinen blitzenden Stachel zieht und den Menschen am Fuß trifft. Und du hast ab jetzt eine Minute Zeit. Ich renne so schnell wie es geht zu dem Container, den ich haben möchte und versuche ihn aufzuschließen. Gut. Und versuche alle Schlüssel, die ich habe. Beziehungsweise ich weiß ja nicht. Plötzlich sprintet der Mensch los. Er sprintet durch die Container. Hinten, durch, links, rechts, sprintet durch. Du stehst vor dem Container. Ich versuche, weil ich weiß ja, welcher Schlüssel ist. Ich mach's auf. Ja, also du steckst es in ein Schlüsselloch. Geht nicht auf. Mach den anderen Schlüssel, mach's auf. Steckst es in ein Schlüsselloch, geht nicht auf. Geht zum nächsten Container. Ganz schnell. Ja. Wo eine Zahlenkombination ist, gebt die richtige Zahlenkombination ein. Du kennst die Zahlenkombination. Er weiß es doch. Du kennst die Zahlenkombination nicht. Er weiß es doch. Du hast Kontrolle über ihn. Da gehe ich mit dem Schlüssel an alle Schlösser, die ich... Ich gehe zum nächsten Dings. Und Schloss dran ist. Pass auf. Kannst du nicht lesen in dem Buch von ihm. Ich renne zum nächsten Dings, versuche das aufzumachen. Würfel mir ein W20. Was? Würfel mir ein W20. Bei einer 1... Wie W20? Ich habe keinen W20. W12. Okay, dann sind wir 12. Bei der 12 geht's auf. Alles klar. Versuch den nächsten. Versuch den nächsten. Was? Den nächsten. Mach den nächsten auf. Zehn. Acht. Geht nicht auf. Nächstes am nächsten. Geht nicht auf. Millie, bist du es? Geht nicht auf. Millie, wirft die Scheisschlüssel her! Geht nicht auf! Wirft die Scheisschlüssel her! Geht nicht auf! Und ich werfe... Und ich werfe den Schlüssel weg! Er ist den Schlüssel weggeworfen und... Also zu den Jungs. Du verlierst die Verbindung zu ihm. Du stehst da direkt vor Baron. Ich hau ab. Und ich nehme meinen Schlüssel wieder aus diesem Süßigkeiten-Welder. Okay, ich stehe noch da hinten. Ja, ihr steht jetzt bald da. Achso, okay. Dir fällt auf. Er ist nach hinten kant. Ah ja, okay, alles klar. Dass das Dokument vor dir liegt. Okay, das greife ich. Ja. Ich kann es ja eh erstmal nicht lesen. Und fliege damit zu Cooper. Gut. Also, ihr bewegt euch wieder zu Ruppe zurück. Ihr seht im Vorbeilaufen einen äußerst verwirrten Menschen, der so... Warte, was war das denn, Mensch? Wo bin ich denn jetzt hier? Rudi, Mensch, was ist denn... Läuft zurück. Bubbelt irgendwas vor sich hin. Und ihr kommt an. Mensch, wo wart ihr denn? Was war denn los? Habt ihr denn den Schlüssel? Mhm. Das hast du dir geworfen. Nicht nur das, ich hab auch ein Buch. Vielleicht kannst du ja da mal reinschauen, was da für Informationen drin sind. Oh ja, schau mal her, du. Ich gebe ihm das Dokument. Und was steht da? Fahrplan. Dritter. Oh, der I. Mir fällt die Schokolade aus dem Mund. Dritter, neunter. 2001. 13 Uhr. Abfahrt Hamburg. Und wo geht's hin? Buenos Aires. Am 9.09. 2001. Wo ist das denn? Was ist denn Buenos Aires? Warte. Am 9.09. Wo ist das denn? Was? Am 9.09. sind wir in Buenos Aires? Das war's, das war's. Weiß ich noch nicht. Wir wissen das noch nicht. Warte mal mit deinem Buch nach. Wo kannst du denn viele Unterlagen, die ich hier hab? Meine Schöpfel, Alter. Weiß ich nicht mehr, du. Irgendwelche verfassten Briefe aus einer längst vergessenen Zeit. Was willst du denn? Was, Stand? Wann ist es Abfahrt gewesen? Ja, sag's mir nochmal. Um 13 Uhr am 3.09. Innerhalb von sechs Tagen in Buenos Aires. Schnelles Schiff, würde ich sagen. Also heute ist der 3.09. Was heißt das? Scheinbar, ja. Hä? Keine Ahnung, was das da genau heißt. Weiß ich doch nicht. Ich bin jetzt hier bei Buenos Aires drin. Dauert das wahrscheinlich ein bisschen. Dann steht da nix. Schon schon. Ich dachte, da steht, wie wir die... Ja, das ist ein sehr großes Dokument mit leeren Seiten. Ich dachte, da steht, wie wir diese Container aufkriegen. Nee. Dachte ich auch, ja. Aber wir haben jetzt diesen Schlüssel, oder nicht? Ja, dann guck du doch mal, wo sind denn die Schlüssel? Die liegen doch hier. Also dieses Dokument ist nicht leer. Das ist jetzt erstmal nur der erste Fakt, der dir entgegenkommt. Und ansonsten stehen da wahnsinnig viele Tabellen und technische Daten und Uhrzeiten und sowas. Aber nichts, was jetzt erstmal interessant ist. Ich bin ein bisschen traurig, Jungs. Kann mich jemand vielleicht aufheitern? Was ist denn los? Ich hab versagt. Nein, ich hab mal wieder versagt. So, hier haben wir auch Buenos Aires. Du hast nicht was. Es liegt scheinbar in Argentinien. War es Argentinien? Wo auch immer Argentinien ist, das muss ich jetzt noch herausfinden. Ist wahrscheinlich... Ist das bei New York? Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwo deiner Nähe. Ich muss mal eben... Können wir von da laufen nach New York? In anderthalb Tagen. Ich find's eh sehr, sehr schnell, das Schiff. Dafür, dass dieses Wasser... Ach, ich weiß auch nicht. Hat doch alles keinen Sinn. Was wollen wir überhaupt in New York? Ich hab das jetzt mal abgecheckt. Buenos Aires ist ungefähr... Hier ganz, ganz unten. Und New York war irgendwo ungefähr da. Das hab ich aus den ganzen anderen Karten erschlossen. Das dauert mir jetzt lange, euch das zu erklären. Jetzt sind wir ja fast genauso weit weg wie vorher. Hier sind wir irgendwo. Das bringt uns ja gar nichts. Nee. Ich will nicht nach den Abblöden in New York. Willst du nicht mehr? Was will ich denn da? Wir haben nicht diese gemeinsame Vision gehabt. Das war doch unser Ding. Ist doch mir egal. Ich geh wieder nach Hause. Das kannst du nicht mehr. Du hast kein Zuhause mehr. Vergiss das nicht. Das darfst du nicht. Dein Zuhause ist da, wo wir sind. Ja, ich würde sagen, auf halber Strecke springen wir einfach mal ab. Dann brauchen wir aber ein anderes Boot. Ja, das finden wir schon. Oder wir fahren einfach das große Boot. Ich kann das auch fahren. Wie? Du kannst auch... Du kannst auch schön fahren. Ja, ich kann alles fahren. Das ist hier nicht eingeschränkt. Dann ist doch alles klar. Dann übernehmen wir das Boot. Ist gut ausgearbeitet. Wie viel Rattengift haben wir denn noch? Ja. Eins, zwei, drei, vier, sieben. Und bloß das noch in den Gummibärchen. Das reicht ja auch nochmal. Neun haben wir. Was wollen wir da überhaupt? Hallo? Ja, was wollen wir da? Jetzt mal ganz ehrlich. Da ist mega viel Fisch. Gibt es da? Ich mag keinen blöden Fisch. Doch. Wir fahren doch jetzt nicht dahin, um Fisch zu essen. Ihr wollt mich doch verkack-eiern. Was ist denn los mit ihm? Ich glaube, dadurch, dass er heute was Neues gelernt hat und das nicht sofort geklappt hat, gibt er halt auf. Aber brauchen wir ihn denn unbedingt? Na klar. Jetzt hör doch mal auf. Wir brauchen alle. Ach so. Sonst wären wir doch hier nicht zu fünft. Viert. Wir brauchen alle Tiere. Wir müssen irgendwie... Wir können ja erst mal hier rausfahren so ein bisschen. Das können die Menschen ja erst mal machen. Aber überführen müssen wir den Kurs dieses Bootes ändern. Aber wir wissen doch gar nicht, wann wir dann falsch fahren. Naja, wir müssen erst mal auf hohe See kommen, ne? Das ist ja noch eher kanalig hier gerade. Ja, genau. Ihr seht immer noch Land links und rechts. Aber auch... Also ich weiß nicht, ob er das mitgeteilt hat, aber dieses Schleppschiff ist mittlerweile weg und das Schiff fährt aus eigener Kraft. Es vibriert auch ein bisschen. Ja, okay. Ja, man findet jetzt. Gut, aber wir haben noch jetzt... Dann suchen wir mal die Schlüssel. Wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwo reinkommen. Wir müssen mal Billy ein bisschen aufmunden. Ja, Billy ist so richtig da und seit der Sache mit den... Mir geht's schlecht. Du hast es doch kummern, Billy. Wie geht's jetzt die Schlüssel? Können wir nochmal ein bisschen weiter gucken hier mit den Containern? Was wollen wir denn mit dem blühen Schlüssel? Da gibt's ganz lecker Ersten. Hey, nur weil es jetzt nicht geklappt hat. Na, das ist doch nicht schlimm. Das passiert jedem mal. Ich weiß nicht, was wir da machen wollen. Das war trotzdem ganz cool mit den Menschen, was ich hoffentlich gesehen habe. Wie hast du das denn auch gemacht? Habt ihr das gesehen? Ja, das wird ziemlich cool. Ich hab den gestochen und dann kann ich den lenken. Das ist richtig gut gemacht. Aber ich hab überhaupt nichts geschafft. Mach mal mit dem Wolf. Was? Mach mal mit dem Wolf. Ich kann das nicht so oft machen. Ich will das auch nicht mehr machen. Ich wollte nur mal sehen. Ich wollte nur noch mal sehen. Ich wollte es doch nur noch mal sehen. Ich habe schon viermal was nicht geschafft. Und ich bin auch nicht so schlecht drauf. Jetzt in der Folge oder in allem? Du bist immer schlecht. Heute alleine. Ja. So, bin ich jetzt hier der Typ, der... Jetzt nehmen wir mal die Schlüssel und jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt schauen wir mal den ganzen Scheiß Schlüssel. Schlüssel und jetzt gucken wir, was wir damit aufschließen. Ja. Wenn wir mal so schön was essen gleich. Ach du mal ein Zahlenschloss. Wie lange dauert denn das, tausende Zahlen da rauszudrehen? Oder wie lange das Schloss ist? Zwei, drei Versuche brauche ich bestimmt. So, wo ist denn der Schlüssel? Sehen wir den irgendwo? Du hast gesagt, ich werfe den Schlüssel weg. Das heißt, du hast ihn einfach weggeworfen. Und die haben das Klimpern gehört, aber ihr seht ihn jetzt nicht auf einem... Können wir ungefähr abschätzen, wo der liegt. Grob. Nicht mal das habe ich hingekriegt. Ich könnte mal jemanden, der gute Wahrnehmung hat, mal würfeln. Weißt du, wo du den Schlüssel hingeworfen hast? Nein. Hast du allgemein keinen Bock mehr? Vielleicht. Hey. Sollen wir erst eine kurze Pause machen? Ja, das wäre schön. Ja? Ja. Geht das? Ihr macht erstmal eine kleine Pause, setzt euch ein bisschen hin und lasst den Seewind durch das Fell wehen. Wir sind gleich wieder da nach der Werbung. Herzlich Willkommen zurück bei Animal 9-11 Squad. Und wir befinden uns gerade auf einem Containerschiff, das durch den Hamburger Hafen, das Ende des Hamburger Hafens fährt. Ihr könnt schon ein wenig Meeresluft schnuppern, es wird schon etwas salziger. Die Möwen werden weniger. Und ihr sitzt auf einem kalten Metallboden, zusammengesackt und wisst nicht, was ihr tun sollt. Wir sind kaum aus dem Hafen raus und schon haben wir darüber nachgedacht, einen der Kapitäne zu töten. Ja, wir töten mal gar nicht die Rede. Das ist im Schlecht. Ich suche jetzt den Schlüssel. Ich töte hier keinen mehr. Mir ist sehr, sehr schlecht gerade. Er ist immer noch sauer, weil er die Paraden überfahren hat. Ich suche jetzt mal den Schlüssel. Vielleicht würden auf jeden Fall noch welche. Was tut denn jetzt plötzlich? Lass uns mal gucken, wo die Schlüssel händen. Das Morden endet noch lange nicht. Nee, Alter. Guckst du doch mal, du kannst doch gut sehen. Bis wir alle gerettet haben, hört das Morden nicht auf. Der merkt vielleicht gleich, dass die Schlüssel weg sind, dann haben wir richtig ein Problem. Eben. Okay, kann ich denn, wer hat denn die beste Wahrnehmung von uns? Wir suchen jetzt alle, wir haben noch nichts zu tun. Also ich will hier nicht vom Versteck weg. Du hast schon mal acht. Ich bin viel zu groß. Ich habe sechs. Mir ist sehr schlecht. Und du hast viel Wahrnehmung. Wir suchen das alle jetzt. Wir suchen einfach alle. Das können wir auch mal machen. Das ist viel zu groß, Alter. Wenn die uns sehen, müssen wir den scheiß Wolf und den scheiß Känguru. Aber Billy hat die Schlüssel doch bei uns hier irgendwo hingeworfen. Die liegen nicht. Das wissen wir doch nicht. Also ich suche jetzt den Schlüssel. Gut. Dann dürfen wir mal eine Wahrnehmung. Habe ich nicht. Sehen. Habe ich nicht. Drei. Drei. Nein, nimm mal diese Dreien, ey. Ich suche auch. Ich fliege natürlich noch oben erstmal und schaue, ob ich von oben irgendwo was blitzen sehe, was Silbern ist. Ja. Das ist aber Quatsch, weil es eine Eins ist. Okay, jetzt mache ich auch noch. Die ist ja schlecht. Eins. Also ihr sucht, aber dieser verdammte Schlüssel will euch nicht. Ich gucke einfach mal so ein bisschen hoch. Aber ich will mich nicht so groß bewegen, weil mir ist sehr, sehr schlecht und ich möchte auch nicht gesehen werden, aber ich suche trotzdem mal ein bisschen. Dann kriegst du nämlich das Eins. Ich gucke mal. Ja, ich gucke mal. Sechs. Na siehste. Also. Da ist er doch. Es dauert mindestens eine halbe Stunde, in der du hier mal ein bisschen guckst und da ein bisschen guckst, aber irgendwann siehst du blitzend auf dem Boden den Schlüssel. Da ist er doch. Kannst du den mal holen? Da. Ja, ich habe ihn ja wieder nicht gefunden. Ich habe ihn noch gefunden. Ja. Das reicht doch. Wir sind doch ein cooles Team. Ich bin die Faust, Genosse. Kriege ich deine Faust? Auf und Schauen. Ich hole den Schlüssel. Ich hole den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Man muss dem immer so ein bisschen Zuckerbrot geben. So, wer kann denn mit diesem Schlüssel umgehen? Ich nicht. Ich. Der kleine. Technik nutzen. Dann gucken wir mal ein bisschen rum, bis wir irgendwas, bis wir es hinkriegen. Okay, ich probiere der Reihe nach. Ich probiere der Reihe nach verschiedene Schlüssel. Das dauert doch ganz lange an. Also. Du würfelst jetzt den W12. Jeder Würfelwurf bedeutet eine Stunde Suchung. Das ist. Und wenn du eine 12 würfelst, passt der Schlüssel. Wir hatten hier noch seinen. Deiner? Nee. Super. Oder können wir vielleicht die Luke öffnen? Zehn. Also. Also ganz kurz. Eine Stunde vor. Er macht sich jetzt los und fliegt zu einem. Ist nix. Der Geil, ne? Nächster. Fliegt einen hoch. Soll ich nur bei dem einen Container probieren, oder was? Also er ist eine Stunde unterwegs. Er ist eine Stunde unterwegs. Wird aber nichts finden. Ja, genau. Aber was macht ihr? Weißt du, wisst ihr, was schlauer gewesen wäre? Wenn wir mal an den Schlüssel geschnuppert hätten und hätten dann geguckt, welcher Container riecht genauso. Und dann würden wir da hingehen und würden den aufmachen. Wir können den doch zurückrufen, den Typen. Ja. Warum kommen wir wieder her? Ja. Das war eine Stunde oben. Das bringt ja nix. Du hast nix aufbekommen. Naja, ich hab' ich jetzt erst einmal probiert. War mir die ganze Zeit schlecht. Halt mir mal die Schlüssel hin. Ich schnuppere mal. Ich hab ja hier plus eins auf Riechen bei Wahrnehmung. Okay. Warte mal ganz kurz. Das ist nicht so trivial. Das sind vor allem auch Gerüche, die du nicht gewohnt bist. Ich sag mal. Was hast du denn auf Riechen? Das ist eine verdammt gute Idee, aber. Sechs plus eins. Gute Idee. Ich sag mal, wenn du insgesamt zehn oder mehr schaffst, dann kriegst du es hin. Das heißt, ich bist du mindestens einmal schon eine sechste zwölf. Ja. Können wir die Schwierigkeit gerade mal auf Standard zurückstellen, ey. Sechs! Ja, du schnüffelst, aber du findest dann. Es ist wirklich auch nicht einfach dein Gebiet. Das kriegt alles nach Metall. Das riecht alles furchtbar. Da ist nichts Schönes. Ihr, während ich das jetzt noch versuche, wollt ihr nicht mal versuchen, mit dem Gurt vielleicht die Luko oder so aufzubekommen? Das haben wir doch schon. Das geht auch nicht. Das ist deutlich. Dann bin ich wieder oben in der Stunde. Wir können. Okay. Ja. Du kannst diesen Gummibär noch zu deinem Kombischen Käpt'n drehen. Ja, und dann? Wollte ich nicht. Aber die haben wir auch noch da. Wo ist denn der Typ, ey? Gut, es ist jetzt 15 Uhr. Ich lese mal noch ein bisschen, was an den Containern so steht. Ob ich da irgendwas Geiles sehe, wo vielleicht Bananen dran stehen. Du liest Sachen wie BZ84F. Okay. 1191F. Ich kann es ja schon aufhören, ich habe diese Message-Stamm an. Z27B. Du siehst einen mit einem blauen Streifen. Mit einem blauen, queren Streifen einmal über den ganzen Container. Da steht drauf A2817B. Du findest einen grünen. Du findest einen weißen. Ah. Du findest einen blauen. Du findest fast jede Farbe. Außer Orange. Du findest keinen Orangen-Container. Alles klar, ich habe es. Meine kleine Knotenkunde. Mittlerweile seid ihr auch weiter auf dem Wasser gefahren. Ihr seht die Landschaften an euch vorbeiziehen. Die Meeresluft streicht euch durch die Haare. Ihr sitzt da. Vibriert. Ihr fahrt. Cooper? Guck doch mal auf diesen Zettel, den wir da vorhin geklaut haben. Von dem vielleicht stehen da auch irgendwelche Nummern drauf. Wie das gemacht ist. Hallo. Ja. Gleich doch mal die Liste ab mit den Zahlen. Vielleicht sind die da auch drauf. Nein, hier sind keine Zahlen drauf. Wie steht dieser Fahrplan von dem Tanker, wo der überhaupt hält hier? Das kann doch nicht alles sein, was da drin steht. Kannst du vielleicht gar nicht lesen? Also, du findest technische Daten. Du findest Unterschriftenlisten, Wartungslisten, wann wurde welcher Motor wie von wem gewartet, Ölwechsel hier, da, Unterschrift, TÜV, Gedöns, mögliche Sachen, aber nichts wirklich, was sich jetzt kitzelt. Wie dunkel ist es denn jetzt bereits? Es ist 15 Uhr. Also noch voll hell. Okay. Kleine Frage. Du hast doch den Plan dieses Schiffs. Nee. Ungefähr. Wissen wir ja, wie das Schiff aussieht. Da sind durchaus technische Ingenieurmodelle von diesem Schiff drin. Wo ist der Motor? Hat denn so ein Schiff nicht irgendwo eine Öffnung, wo Ratten reinkommen? Ratten zum Beispiel reinkommen. Ja, klar. Oder Ratten ähnliche Wesen wie ich. Du könntest vielleicht versuchen, wo der Anker rausgelassen wird. Wer ist Anker? Da reinzuklettern in das kleine Loch. Ich könnte dich da, ich könnte dich hier zum Beispiel an diesen Regenschirm, den fahren wir ein bisschen raus, dann lasse ich dich ins Ankerloch rein und dann guckst du mal, wo der Anker landet. Das kann ich vorstellen. Ein bisschen weiter unten, oder? Ich weiß nicht, ob das recherchiert wurde im Profit. Ja, was ist denn Anker? Hier, ich zeig dir jetzt mal mein Bild. Ja. Na gut, wir müssen weiter unten. Da könntest du vielleicht immer noch vom Baron hingeflogen werden und hier in dieses Loch rein. Oder der Baron geht einfach selbst hin. Das würde er auch. Baron. Und wir warten einfach auf dich. Wir warten mal hier. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, weil er ist doch dann, wenn er drin ist, viel schneller als ich. Und ich hab schon natürlich diesen Schlüssel kloppt, ne? Wie soll ich... Und wie sollen wir ihn denn da hinkommen bringen? Mit dem Regenschirm geht nicht. Die Frage ist, was bringt uns das, wenn wir wissen, was da drin ist? Dann stehen wir beide immer noch hier oben, ne? Wie soll der denn auch uns jemals dann Bescheid sagen, wenn er da wieder raus will? Das schafft er ja nicht. Du musst das alleine machen. Das stimmt. Das ändert ja nichts. Na gut. Na ja, wie soll er denn dann sagen, okay, ich bin fertig. Dann hören wir ihn nicht. Und dann bleibt er da unendlich drin und verkrepiert. Möchtest du sterben? Nein. Ja, wieso? Ja, vielleicht. Du kannst einfach wieder rausfliegen. Ja, und dann? Willst du uns fliegen? Ja, ich werde da an die Tür kommen und dann sehen, dass ich die nicht aufmachen kann und dann zu euch kommen. Na gut, dann versuch das doch mal. Dann fliege ich jetzt da rein, oder wie? Vielleicht sind da irgendwelche Informationen oder irgendwelche Schlüssel? Sonst könntest du auch nochmal in den Schornstein reinfliegen. Aber lass dich erstmal dort rein. Okay. Okay, du fliegst über die Reling, du fliegst außen am Schiff entlang. Es bewegt sich noch mit für dich handhabbarer Geschwindigkeit. Also es fährt jetzt nicht davon. Und nach kurzem Suchen findest du auch dieses Loch an der Außenwand und fliegst in dieses Loch rein und bist jetzt in der Innenhöhle des Schiffes. Du siehst mehrere Gänge und Räume. Ja, was sieht er denn? Aber wirklich, wonach suchst du denn? Was interessiert dich denn jetzt? Du bist jetzt in der Zwischenwand. Das sind mehrere Metallschichten, wo du kurz dazwischen gucken kannst. Du siehst irgendwann den Anker, der da hängt, der einer großen Kette hängt, die irgendwo hinführt. Du siehst verschiedene lange Ketten, die irgendwo aufgewickelt sind. Verschiedene Stangen, die vorne und hinten gehen. Du siehst verschiedene Markierungen. Du siehst vernietete Wände, die eine genietet wurden. Oder du siehst das Innenleben eines Schiffs. Wo bist du denn ungefähr reingeflogen? Hier vorne oder wo? Also hier vorne hätte ich das einfach mal angesetzt. Ja, da bist du reingeflogen. Ja, find ich denn irgendeine Luke, irgendeine Tür, die ich sehe, die nach oben führt? Nee, erstmal nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass da jemand hin soll. Ja. Das wurde nicht dafür gebaut, dass da Leute aktiv sind. Ja, klar. Wegen dummen Ideen. Aber du siehst den Anker und du siehst eine große Winde, wo mit einer sehr dicken, schweren Kette dieser Anker aufgerollt ist. Und das ist ein wirklich sehr großer Anker. Du findest durchaus einen Anker. Er hat Anker jetzt dreimal hintereinander gefragt. Ja, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, dann überleg doch noch ein bisschen. Ja, dann bleibe ich erstmal noch eine Runde da. Alles klar. Was macht ihr? Ich würde jetzt nochmal einen anderen Vorschlag machen. Wir warten. Irgendwo müssen diese Menschen ja auch schlafen. Da stellen die das Schiff ja vielleicht auf so eine Art Autopilot, dass nur noch drei Leute hier arbeiten abends, dass wir die dann einsperren in ihrem Schlaf und den Rest bringen wir um, würde ich sagen. Und dann übernehmen wir das Schiff. Wir kriegen nicht mal eine Tür auf, wie sollen wir sie verschließen? Wenn wir das mit dem Umbringen mal außen vorlassen, hab ich auch schon gedacht, ob wir nicht vielleicht dafür hätten sorgen sollen. Wir haben natürlich das jetzt schon ein bisschen verschwendet, dass du schon einen kontrolliert hast, dass die einfach von Bord gehen im Sinne von, du kontrollierst sie und setzt sie alle in so ein Beiboot und dann fahren die weg und dann haben wir das Boot für uns. Und wir machen das vor. Ich kann nicht so viele stechen. Er kann natürlich irgendwann demnächst mal den Käpt'n oder sowas stechen. Oder irgendein anderen Befehl, dass sie von Bord gehen sollen. Oder irgendein Alarm gehen und sagen, das Schiff geht unter, das Schiff geht unter. Oder dann könnte der Baron, wenn er zum Beispiel in Anker liegt, würde irgendwie dafür sorgen, dass das Schiff so eine komische Kurve plötzlich fährt, dass alle denken, fuck, irgendwas passiert hier. Ich glaube, der Anker ist sehr groß und schwer. Ich glaube nicht, dass der Baron den bewegen kann. Ach, weil das Scheiße ist, das ist ein Schwachling, stimmt. Aber dann kannst du ja nochmal in das Loch klettern und dann kannst du den Anker losmachen. Warum wollen wir den Anker losmachen? Das macht überhaupt keinen Sinn hier gerade. Damit das Schiff eine komische Linie fährt, damit wir alle sagen können, okay, das Schiff geht unter, das Schiff geht unter, haut schnell ab von Bord. Gibt es irgendwelche Informationen, die wir noch nicht bedacht haben? Was haben wir alles? Na gut. Gibt es nicht irgendwie auf diesem Zettel noch irgendwas, was so einen scheiß Container mal reingringt? Was ist denn mit deinem komischen Radiosinn? Kann der auch irgendwie den Leuten sagen, dass irgendwie ein Eisberg vor uns ist? Nein, nein, ich kann nur Radio hören. Mehr nicht. Walkie-Talkies abhören und Radio. Radio kannst du hören. Du kannst doch nicht mal menschliche Sprache. Was willst du denn mit Radio? Ja, hätte ich dann nachgeplappert, was ich da gehört hätte. Dann hätte man geguckt, was Florent hätte zählen lassen. Ihr habt im hinteren Teil des Schiffs aber durchaus so kleinere Boote gesehen, die da so bereit liegen. Die stehen auf so Art Rutschen, stehen hier bereit, kleinere Boote. Okay, lass uns mal gucken, wie wir so viel Panik machen können, dass alle Menschen Angst bekommen und das Schiff verlassen. Wieso wollen wir denn, dass alle Leute das Schiff verlassen? Damit wir nicht nach Buenos Aires fahren, sondern nach New York. Da haben wir nun erstmal noch drei Wochen Zeit, bis wir zu der Entscheidung kommen. Naja, aber dann haben wir auch genug Essen und vielleicht können wir das aber ja schaffen, dass wir irgendwie, pass auf, dass wir nachts so tun, als würde es spuken. Dass die Menschen Angst haben, auf diesem Schiff zu sein, weil sie denken, das Schiff ist von Geistern befallen und dann hauen sie alle ab in die Beiboot und verschwinden. Aber das machen die nicht so schnell. Und ich wusste nicht, dass das jetzt unser Ziel ist, die Menschen hier loszudrücken. Naja, das ist zumindest ein Plan. Aber theoretisch wäre es vielleicht sinnvoller, wir schlafen einfach mal eine Nacht drüber und morgen, in der Minute, wo du es kannst, lässt du einfach jemanden den Kurs ändern, dass wir dann nach New York fahren, bis sie das merken, dauert es bestimmt. Ne, ich glaube nicht, dass sie das so, sie merken das sofort. Sie merken das doch sofort. Außerdem, ich glaube, wir sollten die Nacht nutzen, weil da schlafen die meisten Menschen und dann können wir das Boot mal vernünftig, da können wir vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach näher ran und gucken, was wir da noch machen können. Das heißt, wir warten jetzt noch fünf Stunden? Ja, er kann ja auch ein paar Schlösser machen. Er ist ja weg, leider. Vielleicht kommt er ja gleich wieder und dann kann er noch ein paar Schlösser nachgucken. Das wissen wir natürlich nicht, ob ich wiederkomme. Ja, was willst du denn? Ich finde diese Spukschloss-Idee gar nicht so schlecht. Ich dachte, unsere ersten Ziele sind jetzt erstmal wieder was zu futtern zu bekommen. Vielleicht mal mit irgendeinem, ich will neue Freunde nochmal bekommen. Das dachte ich, dass wir das bekommen. Und jetzt nicht hier schon die ganzen Menschen wieder von Bord jagen. Dann kannst du doch diese Gummibärchen nehmen und zum Kapitän gehen, weil der mag ja scheinbar, ne, wissen wir wissen, weiß ich gar nicht. Dann soll der kotzen oder was? Was machen wir denn davon? Ich weiß doch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall in den paar Tagen brauchen wir irgendwann mal Essen. Ja, und wir beide können ja nicht die ganze Zeit hier vorne in der Ecke stehen bleiben. Irgendwann läuft hier mal ein Mensch lang. Und dann ist nämlich sofort Alarm. Und dann können wir nicht mehr überlegen, was wir machen. Aber vielleicht hauen die ganzen die Bei-Vote und ab. Als erstes müssen wir jetzt mal warten, bis der Baron wieder da ist. Dann fliegt er jetzt mal zu den Möwen und fragt die, machen wir irgendeinen Deal mit denen, dass die uns mal so ein bisschen Fisch oder sowas geben. Verdammte Axt. Kein Fisch, mir ist schlecht. Du kriegst jetzt Fisch. Aber dazu brauchen wir den Baron. Oder kann ich vielleicht rufen? Kann ich mit den Möwen sprechen? Kann ich mal rufen? Hallo? Hey du! Würfel mal Rhetorik. Was hast du da? Zwei? Acht. Zwei und drei. Blumst du, wirst ignoriert. Finde ich denn in diesem Ankerloch irgendwas Spitzes, Metallenes? Irgendwas, wo ich vielleicht etwas Dietrich-Mäßiges draus basteln kann? Oder irgendwas, wo ich denke, das ist so ein kleiner Span, ein kleiner Metallspan. Würfel mal Wahrnehmung. Sechser Würfel, genau. Okay, ich habe einen neuen Plan. Das ist eine Zwei. Nein, findest du nicht. Okay. Vielleicht können wir mal gucken. Es gibt ja immer auf so Schiffen und überall so Sanitätskästen, wo Leute, wenn Menschen verwundet sind, wo die sich helfen. Vielleicht finden wir da irgendwas Nützliches drin. Oh, oder wir finden einen Defi-Biator. Ja, ein was? Ein was? Defi. Ein Defi. Defi-Schobalas, ja. Genau. Und da könnten wir dann irgendwie auch was mitmachen. Anknüpfend an dieser Idee. Da sind doch so kleine Boote. Auf diesen Booten muss man doch auch überleben. Das heißt, da ist doch sicherlich Proviant in diesen Booten. Nee, die machen dann so eine, die schießen dann mit so einer Kanone in die Luft und dann kommen so Rettungsboote. Ja, aber da ist doch bestimmt ein bisschen Proviant. Wasser? Ja, das könnte schon sein. Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube nicht viel. Aber das können wir natürlich gucken. Unter Umständen musst du da eine Woche überleben auf so einem Schiff. Ja, glaube ich nicht mehr. Heutzutage glaube ich nicht mehr, aber ja. Okay. Alles klar. Du lässt ja die Fantasie vor einem Lauf. Naja, ich glaube, das ist technisch heutzutage. Naja, die sind jetzt sofort abgeholt. Ist nicht heutzutage, ist 2001. Ja, trotzdem gab es da Helikopter, die sofort hergekommen werden. Kurz nach der Zeit. Dann lass uns das machen. Dann lassen wir uns vom Helikopter abholen, dann fliegen wir mit dem Helikopter weiter. Den kann ich nämlich auch fliegen. Der kommt bestimmt aus Paris oder so. Ja, aber das will doch gar keine Ohne, wo der herkommt. Ja, aber der fliegt doch da hin dann zurück. Wenn ich ihn fliege. Er fliegt wieder. Ach so. Wir können mal versuchen, die Ballboote zu gehen, aber ich würde echt mal die Nacht abwarten. Ja, wir können ja die Nacht abwarten, aber in der Zwischenzeit sind ja noch sechs Stunden, die wir irgendwie füllen müssen. Also gehen wir jetzt zu den Booten, würde ich vorstellen. Naja, aber da sind doch Menschen im Weg. Irgendwo sind doch noch keine Menschen. Also hier vorne seht ihr immer wieder mal Menschen rauskommen, die irgendwie rumgucken oder was machen. Oder nicht. Oben auch, aber auch an Deck, guckt er da hin und her. Aber an sich, es ist nicht so wahnsinnig viel los, aber es ist nicht so, als wäre es Menschen leer. Ab und zu sind da schon Menschen. Ja, aber ich könnte mich da zumindest mal heimlich hinschleichen. Absolut. Hast du das schon mal gemacht? Dann geh du doch mal hin. Mir ist eh sehr, sehr schlecht gerade wieder. Ja, du konntest jetzt mal. Soll ich dir mal einen Schnabel ins Maul stecken? Ja, vielleicht. So, der Baron. Was treibst du? Sehe ich dort unten irgendetwas Spitzes? Nein. Irgendwas mit Hammernes? Na gut, dann fliege ich zurück. Wolltest du das nochmal fragen? Gut, der Baron kommt wieder angeflattert. Ich bin zurück zur Gruppe. Was machst du denn hier? Ist auf jeden Fall genau so gelaufen, wie wir uns das im Vorfeld gedacht haben. Hast du einen Anker gefunden? Ja. Und? Hast du den mitgebracht für mich genommen? Der wirkt in etwa so viel wie mein Heimatort. Deswegen konnte ich den nicht transportieren. Ja, gut. Also entweder, du gehst jetzt mal hoch zu den Möwen. Ich schon wieder, ich habe heute einen ganz schön anstrengenden Tag. Ja, du hast ihn aber nicht angesprochen. Du hast bisher genauso wenig gemacht wie ich. Aber dafür wie ich. Warst du vor drei Tagen, warst du da ganz schön lange, hast du nichts gemacht. Ja, das stimmt. Du hast wirklich gut ausrüben können. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Du gehst jetzt zu den Möwen und in der Zeit gehe ich heimlich zu den Möwen. Zu den Möwen schon wieder? Ja, du redest mal mit denen. Was soll ich denn mit denen reden? Na, fragen, ob die irgendwo wissen, wo es, und die können uns zum Beispiel Fisch geben. Was ist ein Deal mit denen aus? Wir helfen denen bei irgendwer kennt meine Deals. Vielleicht haben die ja mal den Kapitän, die kennen ja vielleicht den Typen, der das Schiff steuert. Vielleicht wissen die so Insider-Informationen, wo der abends hingeht zum Beispiel, oder was der abends macht. Der meint, der geht in eine Bar hier in der Nähe, oder was? Der geht auch in eine Pen oder so, wo die Pen gehen, dass wir irgendwie den Schlüssel haben von dem Boden oder sowas. Oder vielleicht hat irgendein Container-Dings auch ein Loch. Das wissen die doch. Du musst es natürlich nicht machen. Wenn du gerade keine Lust hast, musst du es natürlich nicht machen. Da kann ich doch selbst auf Wahrnehmung gucken, ob ich da... Er hat ja eben auch schon nicht funktioniert. Jetzt redet doch mal mit denen. Die begleiten dieses scheiß Schiff immer. Quatsch. Na gut. Aber die kommen auch hierher, weil es da Fressen gibt. Die müssen die das wissen, bro. Die haben auf jeden Fall Fisch. Die Frage ist nur, ob sie uns da was davon abgeben. Ich fliege halt in die Luft. Nee, wir machen nichts. Du fliegst in die Luft, okay. Du fliegst in die Luft und du guckst dich um und du siehst, auf dem Schiff ist wenig Betrieb hier und da, Leute. Was du aber siehst, ist der Matrose von vorhin, der an dem Ort, wo ihr euch vorhin getroffen habt, sich umguckt und überall guckt. Und hier und legt sich über die Reling, guckt um und schaut sich um, kloppt sich so den Körper ab und links und rechts und da so. Okay. Okay. Was tust du? Ich gehe erstmal zurück zur Gruppe. Was hast du gesehen? Warum kommt sofort wieder zurück? Okay, also, dieser Matrose, den wir vorhin gestochen haben, der sucht seinen Schlüssel. Das habe ich euch gleich gesagt. Okay, haben das dir die Möwen erzählt? Das haben mir die Möwen nicht erzählt, denn Möwen sind Vögel und Menschen kann ich ja verstehen. Hier, was soll ich mir das raus? Das heißt, früher oder später kommt ihr hierher. Nee, pass auf. Also, warte, aber können wir das vielleicht für uns nutzen? Was ist, wenn ich ihm den Schlüssel zurückbringe? Genau, das habe ich jetzt nicht gerade gesagt. Achso, das war wieder deine Idee. Das wollte ich dir gerade sagen, bevor du mich unterbrochen hast. Wenn wir die Schlüssel jetzt zurückbringen, dann war alles, was wir bisher gemacht haben, umsonst. Aber ich gewinne sein Vertrauen. Naja, aber er kann ja nicht die ganzen Schlüssel. Er kann ja nicht ewig diese Schlüssel durchsuchen. Das bringt ja nichts. Doch, könnte ich schon. Eine Stunde kann man vielleicht noch überprüfen. Soll ich noch eine Stunde? Wir warten noch mal eine Stunde. Aber hier, Kuba, wir müssen uns mal kurz für den Fall wappnen. Was ist denn, wenn der Matrose irgendwann hier um die Ecke steht und uns sieht? Der wird ja sofort anfangen zu schreien. Nee, ich bin aus wie eine feine Dame. Ja, okay. Dann verstecke ich mich einfach hinter dir da. Wie eine feine Dame. Aber das ist doch genauso irritierend. Die erwarten doch nicht, dass hier eine Frau jetzt steht. Eine feine Dame. Okay. Und du weißt, was mit feinen Damen auf hoher See passiert, ne? Die sehen wir erst mal zwei Tage lang nicht laufen. Also ich gehe jetzt mal heimlich zu diesen Rettungsbooten und gucke, ob ich auf dem Weg zumindest eine Möwe finde, wenn du schon nicht mit dir reden willst. Oder ey, bevor du losgehst, vielleicht guckst du auch mal nach so einem Rettungssalitätskasten. Das mache ich auch, ja. Wo gehst du hin? Ich gehe jetzt dahin, wo die kleinen Boote sind. Okay, soll ich in der Zeit nochmal... Bring du den Schlüssel zurück, oder? Dann hast du das Vertrauen von ihm. Und du doch mal vielleicht das Haustier von ihm. Fünf. Gut. Du schleichst heimlich. Du musst einmal kurz abwarten, weil irgendjemand die Treppe runterläuft. Du wartest ihn kurz ab, schleichst dich dann weiter, schleichst dich hier durch. Und du bist am Ende des Schiffs. Du siehst hinter dir die Stadt und viele Wellen, die das Schiff von dir zieht. Und du bist an dem Boden. Und ich durchsuche das Boot. Gut. Würfel mal einmal Gewandtheit. Warum? Um die Tür zu öffnen. Die Tür? Haben die Türen? Ich glaube, die haben Türen. Okay, da hast du recht. Die haben keine Türen. Okay, tut mir leid. Ja, du steigst in eines der Boote rein. Wenn da jetzt wieder eine Tür gewesen wäre, hätte ich jetzt offiziell das Abenteuer beendet. Gut, du steigst in das Boot rein. Haben wir ja Glück gehabt. Welches Abenteuer ist unser Leben? Du bist im Rettungsboot. Du guckst dich um. Du siehst einige merkwürdige Apparaturen, die so rot-weiß gestreift sind. Hängen irgendwie so ein bisschen wie das, was Gunnar Cooper anhat. Gunnar auch manchmal. Und hängen herum. Und du siehst einige Boxen und Kisten. Und du siehst so Bänke, die auch so... Ich versuche mal so eine Box zu öffnen. Ja. Eine Box öffnet sich. Und du siehst darin ein merkwürdiges Gerät. Das ist so ein schwarzes Gerät, das so ein bisschen länglich, so eine Röhre mit so einem kleinen Stift dran. Ganz merkwürdig. Such die anderen Boxen auch noch? Du guckst in die anderen Boxen. Ich suche kurz gesagt, ich suche nach Proviant. Ja. Du findest Dosen. Und Plastikflaschen. Mhm. Kann ich dann irgendwas davon transportieren? Du hast einen Schnabel. Du kannst darin eine Sache transportieren. Dann nehme ich jetzt eine Dose. Gucke vorher noch, ob irgendwo noch eine andere Kiste oder so ist. Das sind einige Kisten. Also ich sag mal, du hast zwei Kisten mit Wasserflaschen. Eine Kiste mit Dosen. Und noch eine Kiste mit diesem merkwürdigen Gerät drin. Mhm. Und du hast ganz viele von diesen Jacken. Und so einen Sanitärkasten oder sowas nicht? Ja, okay, von mir aus. Du guckst rum und findest auch noch eine rote Box. Okay. Ich nehme die Dose mit dem Essen. Ja. Und gehe zurück zur Crew. Heimlich. Sowas von heimlich. Dann bitte mal heimlich. Mach ich. Die Acht. Die Acht, Leute, die Acht. Und er kommt zurück und er hat eine Dose im Schnabel. So, Leute. Ich war da ja mal drin jetzt. Da gibt's diese Dosen hier. Wovon ich hoffe, dass da schon was zu essen ist. Ich gucke mir die Wannen und gucke, was da draufsteht. Dose, da steht da auf Dose, eine Ration Bohnen. So, ich habe hier ein paar Bohnen. Ne, was steht denn da drauf? Thunfisch. Thunfisch. Ich habe hier Thunfisch. Und wo das herkommt, gibt es noch sehr viel mehr von den Dingern. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall schon mal ernähren, wenn wir das irgendwie aufkriegen mit Gewandtheit. Und dann haben wir noch da Wasser, wenn jemand mal Durst bekommt. und wir haben so einen Kasten. Und wir haben Jacken. Das war's? Was ist denn für ein Kasten? Einen roten Kasten. Mhm. Und sonst nix? Jacken. Kein komisches Gerät noch? Sieht die Jacke cool aus. Und noch ein komisches Gerät. Was ist denn, was für ein komisches Gerät denn? Ein Rohr mit einem Zack Zinken dran oder so. Was ist das? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Warum hast du das denn nicht mitgenommen? Obwohl. Ich habe sowas schon mal gesehen. Und das hat dir nicht gut getan. Ich habe so, das hatte diese, diese Zweibeiner hatte das in der Hand und dann hat es doch ganz laut geknallt und dann hat es dir gar nicht so gut getan. Das ist da drin. Das brauchen wir. Damit übernehmen wir das Schiff. Meinst du? Ja, sicher. Warum willst du denn schon wieder das Schiff übernehmen? Ach ja, das heißt ich nicht. Wir müssen halt irgendwie den Kurs ändern. Soll ich in der Stunde nochmal versuchen? Lass uns erstmal schnell essen jetzt, oder? Ja, wir essen jetzt erstmal. Ja, wie sollen wir das denn aufmachen? Ohne, dass wir mega laut sind. Er lässt es von ganz oben runterfielen. Ich kann es doch einfach gegen die Wand werfen. Das ist mega laut halt. Wart ihr schon mal? Also. Hier ist doch so laut. Wir hören Möwen. Wir hören die Wellen an. diese 500.000 Tonnen Dinger ranknallen. Da wirst du doch nicht hören, wenn eine Dose auf den Boden fliegt. Okay, ich nehme diese Dose und schmeiße sie gegenüber. Nee, stopp. Dong. Na gut. Ist sie offen? Sie ist angedellt. Aber ihr kriegt die Dose schon auf. Ihr könnt die aufbeißen. Ihr habt ja Zeit. Ihr habt ja, ist ja kein Ding. Ihr kriegt die langfristige schon auf. Dann machen wir. Soll ich in einer Stunde nochmal versuchen, einen Container aufzumachen? In der Zwischenzeit mal so nebenbei? Wie du möchtest. Ja, mach mal. Nein. Wieso nicht? Weil doch die Menschen schon die Schlüssel suchen. Ja, kann doch einen Container hier aufmachen, weil der hier in der Nähe ist. Solange er mit den Schlüssel stummt hat. Nimm mal wieder den leckeren Container. Ich sage, der gut duftet. Noch einmal. Bitte, du gut duftet. Eins oder zwölf gut? Eins. Gut. Ja, ihr, wer möchte, kann aus der Dose essen. Hä? Da sind ja gar kein Trudel drin, sondern Bohnen. Da steht ja ganz was Falsches drauf. Was? Also, ich esse Bohnen. Ich esse auch Bohnen. Ich esse auch Bohnen. Was ist euer Plan? Was macht ihr? Ihr könnt Essen sammeln. Du bist heimlich. Du kannst Essen holen. Ihr könnt essen und trinken. Das ist kein Problem. Den heimlichwurf hast du jetzt auch oft genug bestanden. Du kriegst das hin. Du kennst den Weg schon langsam. Du kannst da Sachen holen. Das kriegt auch niemand mit. Du kannst den Leuten ausweichen. Und jetzt sind wir erstmal satt. Jetzt sind wir alle satt? Ja, ihr habt getrunken. Geil. Ihr habt euch da so ein bisschen in ein Lager eingerichtet. Sehr gut. Immer noch im Boden. Und ihr seid satt gegessen. Wie ist ungefähr der Sonnenstand? Der Sonnenstand ist ungefähr 17 Uhr. Also neigt sich dem Ende zu. Okay. Wo ist denn der Baron eigentlich? Der Baron flitzt mit dem Schlüssel durch die Gegend. So, kann ich jetzt nochmal mit den Reden da oben in den Mögen? Nee. Warum nicht? Hat deine Ebenfrau nicht geklappt. Ja, du kannst gerne rufen. Wir haben wirklich Zeit. Also wenn du lange rufst, wenn dir das wichtig ist, dann irgendwann kommt der... Was ist denn? Was ist denn? Hallo. Schön Gesundheit. Oh Mann ey. Mein Name ist Billy Nobler. Ja und? Wie heißt du denn? Bernhard. Hallo Bernhard. Na, wie geht's dir? Was willst du denn? Hey, warum denn so unfreundlich? Was ist los? Ich kenn dich nicht. Hast du vielleicht ein paar Tipps für uns? Wir sind neu auf diesem Schiff. Was? Der ist auf einem Hafengebäude, weit weg. Was willst du? Komm mal her. Er flattert zu dir. Hallo. Wir sind ein Team. Wir sind hier neu auf dem Schiff. Und wir würden ganz gerne einen Anschluss finden. Kennst du vielleicht irgendwie ein paar Orte, wo die Leute zusammenkommen? Oder hast du vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, in das Schiff reinzugehen? Oder seid ihr immer nur hier draußen oben rum? Wir sind immer nur hier draußen und von den Schiffen halten wir uns fern. Manchmal fallen da ein paar gute Sachen runter und so, aber ansonsten nichts Gutes dabei. Hier hinten gibt es genug zu fressen und ansonsten, naja gut, wenn du Hunger hast, hol dir einen Fisch. Und habt ihr nicht irgendwie mal, friert ihr nicht manchmal und müsst dann irgendwo hin, wo es wärmer ist? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, verbringen wir eigentlich das ganze Jahr hier am Hafen. Hier ist eigentlich schon ganz gut. Achso, ihr bleibt gar nicht auf dem Schiff. Wir sind nicht auf dem Schiff, wir leben hier am Hafen. Du hast ihn jetzt von einem Hafen, wo du zu dir aufs Schiff geholt. Sind wir noch so nah am Hafen? Ja. Nach drei Stunden? Noch seid ihr am Hafen. Wir sind gerade seit allen Kanalen. Also, okay. Ja, dann. Gehabt euch wohl. Ja, macht's gut. Ich würde sagen, wir versuchen irgendwie, hier reinzukommen, das abzuschließen. Ich habe natürlich eine sehr gute Beziehung zu dem Mann. Das heißt, auf natürliche Weise würde ich irgendwann in ein paar Jahren wahrscheinlich zum Kapitän aufsteigen. Ich fürchte aber, dass wir diese Zeit nicht haben. Das wäre das, was ich anbieten könnte. Ich kann mal hier nochmal reingucken, was das hier bedeutet. Das ist wirklich schön gemacht. Blockbuch. Was ist das? Gut. Ob die Tiere es schaffen, in den Steuerraum zu kommen oder nicht und was ihr Plan ist. Dies und viel mehr seht ihr gleich in der Werbung, wenn's neil geht, bei 9-11. Bis gleich. Willkommen zurück bei 9-11 Elmen Squad. Wir befinden uns gerade auf einem Containerschiff, der auf der Elbe langsam Richtung Atlantik fährt. Ja, wie schaut's aus? Was macht ihr? Ihr habt euch gerade die Bäuche vollgeschlagen mit Rationen, die nicht allzu lecker waren, aber sie tun ihren Zweck. Ich hab ein bisschen Wasser getrunken und seid jetzt auf dem Containerschiff in eurer eigenen Ecke. Ich würde vorschlagen, wir warten bis es nacht wird. Du versuchst die Schlüsselnummer bis dahin und dann versuchen wir den Kurs zu ändern in diesem Steuerungsapparat. Und da steht irgendwie in meinem Buch drin, wie das geht. Ja meinst du, die Menschen schlafen dann alle, da ist dann keiner? Nö, ein oder zwei Leute werden da sein, aber die locken wir raus. Oder wir geben den Gummibärchen, diese beiden Gummibärchen, die wirfst du da rein. Vielleicht setzt ja dein Kumpel da, der da oben drin ist dann. Ich weiß nicht, ob ich dem so viel Schaden zufügen möchte, aber okay. Wenn ich dabei sein darf, wie er stirbt. Er stirbt nicht. Ja, okay. Und so lange versuchen wir die Schlüsselnummer, bis es... Und meint ihr, dass die nicht dann innerhalb der nächsten Tage rausfinden, dass der Kurs falsch ist? Ja, das können wir... Dann machen wir das jede Nacht wieder. Ja. Okay, wir haben ja viel Zeit. Gut. Oder? Ja. Okay. Gut. Was hatten wir, 17 Uhr schon? Es ist 17 Uhr, genau. Es wird langsam abends. Aber es ist jetzt im September... Ja. Wollen wir schon 21 Uhr, ne? Wollen wir schon. Dann würde ich jetzt einmal würfeln. Du darfst viermal würfeln. Eins. Es ist 18 Uhr. Eins. Eins. 19 Uhr. Richtig gut, Andreas. Und die 5. Es ist 20 Uhr. Wir machen uns 22 Uhr, komm. Die 8. Es ist 21 Uhr. Es ist mittlerweile Nacht. Es ist stockdunkel geworden. 21 Uhr? Ja. Es ist dunkel geworden. Und von mir aus. Es ist noch etwas hell. Aber gut. Dann würfeln wir noch einmal. Okay. Ja. Es ist 22 Uhr. Auf jeden Fall. Es ist dunkel, ne? Es ist dunkel. Die Nacht ist etwas vom Mond erhellt. Und ihr schaut romantisch auf den Fluss hinaus, auf dem ihr fahrt. Und langsam, aber sicher, breitet sich der Wasserweg immer weiter. Und ihr kommt langsam auf offene See. Ihr seht vor euch nur noch Horizont. Und langsam, aber sicher verschwinden hinter euch die Lichter der Zivilisation, der Stadt. Und ihr fahrt ins große, schwarze Nichts auf den Horizont zu. Jetzt gehen wir auch mal raus, Cooper, ja? Jetzt musst du erst mal gucken, ob die Luft rein ist. Okay, ich fliege in die Luft. Ja. Und schaue mich um, ob ich noch irgendwelche Lichter sehe auf dem Schiff. Ob ich noch Menschen sehe, die da rumlaufen. Ja, du siehst noch Licht, auf jeden Fall in dem verglasten Raum. Aber ansonsten siehst du nicht mehr viel. Kann ich da Menschen sehen im Glasraum? Ja, du siehst zwei Menschen. Zwei Menschen, guck mal. Okay, dann fliege ich zurück zur Gruppe. Wie viele Menschen hast du irgendwo gesehen? Zwei Menschen. Und unten auch keinen mehr? Unten habe ich keinen gesehen. Okay. Ich habe gerade gelernt, dass ein Radar zeigt die Position von Schiffen an. Wenn wir oben sind, können wir auch mal gucken, ob irgendwelche anderen geilen Schiffe in der Nähe sind. Oder ein U-Boot. So ein Porsche. Und ein Porsche? So ein Fahrrad. Ein U-Boot wäre geil. Ein U-Boot. Das wäre das Nächste, ey. Da ist ein U-Boot. Gut. Dann trauen wir uns auch mal raus, oder? Soll ich sagen, wir gehen auch mal rein. Dann versuchen wir mal, da uns zu nähern. Zur Dunkel. Was nähern? Der Brücke. Wir nähern uns hier der Schützseite. Okay. Gut. Also ihr habt immer noch genug Deckung von den ganzen Containern und ihr nähert euch. Wollen wir diese Gummibärchen-Sachen mal machen? Ja, wir haben noch diese Gummibärchen. Wir haben zwei Gummibärchen für zwei Leute. Aber wie kriegen wir die denn dazu, dass die die jetzt fressen? Ist das einer von deinen Freunden vielleicht gewesen da oben? Hast du da mal geguckt? Waren die bestimmt, oder? Ich konnte es nicht genau sehen, ob das einer von meinen Freunden war. Es ist nicht dein Freund. Aber der hat bestimmt dem von dir erzählt. Gummibärchen mögen doch alle. Ja, aber was machen wir dann? Aber ein Rabe sie bringt vielleicht. Naja, ich lasse sie fallen und klopfe gegen die Tür oder so. Die essen die doch nicht. Aber wenn jemand Gummibärchen von der Tür legt, geht man doch nicht. Die sind auf hoher See. Die freuen sich über sowas. Ich würde sagen, du fliegst da jetzt mal hin und wirfst die Gummibärchen denen hin. Okay, aber was machen wir danach? Ja, dann müssen wir warten, bis sie sich übergeben. Ja. Und dann gehen wir schnell da rein und ändern den Kurs. Und dann? Das ist... Was machen wir dann? Dann gehen wir wieder zurück erstmal. Dann schließen wir uns einen im Raum und verteidigen den fünf Tage lang. Wir können natürlich... Wir sind ja hier ein paar Tage. Wenn wir ein paar Tage schlafen, dann fühle ich mich auch wieder stark genug, um einen der Jungs zu stechen. Und dann könnte ich dem sagen, dem ganzen Team sagen, Leute, der Kurs hat sich geändert in Buenos Aires. Da können wir nicht hin. Der Hafen ist irgendwie kaputt. Wir müssen nach New York. Das machen wir dann auch noch. Das ist so smart. Du kannst dem auch sagen, Leute, wir gehen alle von Bord. Und dann sind wir alleine auf dem Schiff. Ja. Aber hier steht der riesige Dieselmotor. Das kann mehrere Stockwerke hoch sein. Ingenieure, Elektriker und Schiffsmechaniker sorgen dafür, dass er reibungslos funktioniert. Das schaffen wir nicht alleine. Aber Ron kann doch Technik nutzen. Obwohl, die können ja unten einfach weiterarbeiten. Den müssen wir nicht sagen, dass die von Bord sind. Also, wenn er ein Schiff steuern kann, kann ich auch den Dieselmotor betreuen. Dann wären Stockwerke groß. Mehrere Stockwerke? Gut. Also, wir machen das jetzt für die erste Nacht schon mal, damit wir in die richtige Richtung schon mal fahren. Ja. Wir versuchen das mit den Gummibärchen. Die du ja noch hast in einem Beutel. Ja. Ich würde die Gummibärchen wieder in meinen Mund nehmen. Vielleicht schreiben wir noch drauf. Ja, vielleicht ein Zettel ist gut. Wisst ihr, was blöd ist? Dass wir nur einen Versuch haben, weil wir haben keine Ersatzgummibärchen mehr, weil du sie alle gegessen hast. Aber wir haben noch eine Ersatz-Salami. Okay. Guck mal. Ich reiß mal hier so ein Stück von der Zeitung ab. Ist dieser Rudi da dabei? Habe ich das gesehen? Ja. Ach man, wieso ist der denn dabei? Naja. Das hat sich heimgesagt. Heißt da jemand? Kennst du jemanden? Für Rudi. Von Rudi. Nee, für Rudi. Wie hieß denn der andere? Soll ich für Rudi draufschreiben? Ja. Ja, okay. Für Rudi und seinen Freund. Für Rudi und den... Das ist doch kompletter... Kamerad. Was sollen die denn dann denken? Die wissen doch, dass ein Rabe nicht schreiben kann. Ihr wisst von wem. Das war klug. Das ist doch super verdächtig, Leute. Ihr wisst von wem. Nein, ich mach doch das ohne, dass sie das sehen, wie ich das ablege. Außerdem hat Rudi nicht doch gesehen mit dem Raben, äh, mit dem Kapitän. Das machen wir jetzt da rauf. Ich weiß nicht, was das mit dem Zettel jetzt soll. Doch! Also ich habe jetzt diesen Zettel... Was macht ihr? Kann man das sehen? Wahrscheinlich zu klein. Für Rudi und den Kameraden. Okay. Kameraden. Kamerad. Kamerad. Gut. Ihr habt den Zettel und was macht ihr damit? Mit diesem Zettel und den zwei Gummibärchen fliege ich... Nee, in die Tüte sind die Gummibärchen, ne? Ja. Mit dem Zettel und den Gummibärchen in der Tüte fliege ich zu diesem Steuerraum. Okay. Für Rudi und den Kameraden. So, der ist wahrscheinlich... Ist der zu oder ist da eine Tür offen sogar? Da ist... Der ist eigentlich immer offen, ne? An der Seite geht da so eine Freilufttreppe nach oben. Und da ist eine Tür. Die offen ist... Die ist zu. Die zu ist... Die ist zu. Auf der anderen Seite ist es vielleicht offen. Und auf der anderen Seite ist die Tür auch zu. Entschuldigung. Ja. Ist ein Fenster offen. Ein anderer Spalt. Ist da eine Antenne drin, wo ein Loch drin ist. Wahrnehmung kannst du eigentlich am besten gebrauchen, ne? Brauchst du echt mal mehr. Ja, sechs reicht doch. Okay, Entschuldigung. Ja, du siehst ein offenes Fenster. Ein offenes Fenster. Durch dieses offene Fenster fliege ich hinein. Gut. Vorsichtig. Du befindest dich in dem Kontrollraum, der ziemlich genauso aussieht wie auf diesem Diagramm dort. Du siehst ganz viele Bildschirme und Instrumente. Alles wahnsinnig kompliziert. Und zwei Menschen sitzen da in diesen Sesseln drin und machen nicht viel. Sitzt da dran. Okay, ich lege den, ähm, den, ja. Ich lege den Zettel ab. Also bin ich schon auf dem... Möchtest du dich jetzt generell heimlich bewegen oder ist es, willst du da... Ich versuch's erst mal heimlich. Ich versuch's erst mal heimlich. Dann würf' ich mal heimlich. Tatsächlich, das ist acht. Ach, ist ne acht. Soll ich nochmal? Ist egal. Du gleitest still und heimlich perfekt durch das Fenster und du wirst es nicht bemerkt. Okay, dann lege ich den jetzt quasi auf so ein, aufs Kommando-Deck, irgendwo wo er gut sichtbar ist. Dann lege ich den Zettel und, ähm, die, ähm, Gummibärchentüte. Alles klar. Gut. Also das sind so zwei Stühle. Zwei so Kontrolldinger hier. Und hier so an der Seite, da hinten geht's noch weiter. Hier legst du das so hin. Mhm. Gut. Liegt. Okay, dann, ähm... Mache ich's jetzt? Ja, mein Freund. Bitte schön. Äh, okay. Die beiden hab ich auch noch nicht gesehen, ne? Also, äh, heute Nachmittag quasi waren wir in der Nähe, ne? Das ist weder Rudi noch der Kapitän noch... Der andere, der Rudi. Achso, Rudi ist dabei, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, genau. Dann, äh, krähe ich einmal in Richtung Rudi. Die beiden drehen sich um zu dir. Ich picke so auf den... Oh, du, da ist der Vogel hier heute von, heute Mittag. Ja, hier mit dem hat Gregor gesprochen. Was ist denn mit dir, mein Kleiner? Ich picke so auf den Zettel vor mir. Was ist das denn hier, Mensch? Für Rudi und den Kamerad. Ihr wisst von wem. Weißt du von wem das ist? Für Rudi, lass mal sehen. Nimm seine Brille ab. Für Rudi und den Kamerad. Das ist schon mit Lippenstift geschrieben, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das denn? Ich gehe nochmal so... Schon mit Lippenstift geschrieben. Gegen seine Schulter so gegen... Das sieht merkwürdig aus. Aha, guck mal. Gummibärchen, die isst du doch so gern, Rudi. Die gucken sich die Gummibärchen an. Und zeige so auf... Abwechslend auf die beiden. Abwechslend auf die beiden. Von Gregor, oder was? Das ist ja unfassbar. Guck mal, hier zwei für uns beide. Na, du den Roten, ich den Weißen. Na dann, Prost. Und sie nehmen den Gummibärchen. Ja, merkwürdig, Mensch. Schläft der schon, du? Ah, ich kenne mich ab. Aber bringt das nicht Unglück eigentlich? Die setzt sich wieder auf ihre Stühle und gucken... Oh, Mensch, du. Sag mal, Rudi, du. Oh, ich glaub, mir geht's nicht gut. Oh, Gott, ich glaub... Der eine steht auf und der... Oh, ich glaub, ich... Oh, Gott, stehen auf und beide stürmen aus dem Raum raus. Und die Tür bleibt offen. Die Tür bleibt offen. Okay. Ihr beiden seht, dass die beiden Männer aus dem Kontrollraum laufen. Das sehen wir? Wir beide? Ja, das seht ihr. Guck mal, das hat geklappt. Jetzt müssen wir schnell da rein. Können wir da vorbei und dass die das checken? Die sind relativ einig unterwegs und die verschwinden... Die laufen die Treppe runter und verschwinden in den weiteren Raum durch. Okay, go, 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 go. Alles klar. Ihr lauft in den Kontrollraum, seid in den Kontrollraum. Alles klar. Der sieht so aus wie hier. Ich guck mir das Buch an, halt es da immer so hin. Okay, alles klar. Irgendeiner kann es auch nutzen. Hier sieht irgendwas so aus. Da können wir irgendwas eintippen. Ja, siehst du. GPS? Okay, ich gucke mir das GPS an und versuche da drauf rumzudrücken und den Kurs zu ändern. Er kann doch Technik nutzen, der Bahn auch noch. Ich sag ihm, was man da sieht für Knöpfe und den Kurs sind wir wahrscheinlich. Ich könnte es auch direkt fahren. Dann kannst du ja auch das Bedienen alles da. Du kannst dich gerne an der Steuer sitzen. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo es nach New York geht. Ich würde diesen Code ändern beim GPS mit Hilfe vom Baron. Baron, da steht noch Buenos Aires. Drück mal auf die Taste da oben. Ganz oben rechts. Die drücken dann rum. Du setzt dich an die Steuer. Ich setze mich an die Steuer. Ansonsten wird einer von euch die Tür zumachen vielleicht. Ja. Das machst du vielleicht mal, Cooper. Ich muss hier steuern schauen. Ich mach zu. Gut, du schließt die Tür von innen. Machen wir Licht aus? Die auf immer so leicht ging wie zu. Machen wir Licht ausmachen, damit die Licht gleich sehen. Kann man von innen abschließen? Ihr habt keine Schlüssel. Okay. Vielleicht checkt ja einer. Gut, okay. Die sind ja eh erst mal weg. Dann gucken wir, was wir noch haben. Aber guck doch mal vielleicht. Probier mal den Schlüssel. Probier doch mal den richtigen. Können wir irgendwie... Eine Stunde. Siehst du irgendwie, wo Feueralarm oder sowas draufsteht? Sehe ich ja nur. Sehe ich irgendwo, wo Feueralarm oder sowas draufsteht? Ja, du siehst durchaus einen Hebel auf dem Feueralarm. Okay, aber jetzt ist die große Frage, jetzt ist die große Frage, die würden alle sofort in die Rettungsboote springen. Die würden denken, da raucht einer eine Kippe auf dem Klo oder so. Alles klar, du sitzt am Steuer. Pfoten auf dem Steuer. Was tust du? Ich versuchst zu hupen, aber ich mach's nicht. Gut, du kannst dich zurückhalten. So, Baron, du änderst langsam den Kurs, du tippst ein und du findest auch im GPS vorprogrammiert die Koordinaten von New York und der Kurs wird jetzt umprogrammiert und ihr seht auf euren großen Kontrollmonitoren seht ihr, wie sich der Kurs ändert von Buenos Aires auf New York und ihr seht einen leichten Pfeil, der nach rechts weist. Okay, 12 Grad. Also entweder wir können jetzt noch versuchen abzuhauen, in der Hoffnung, die merken es nicht. Das merken die doch. Das ist nicht der Fall. Vielleicht schreiben wir nochmal einen Zettel, der Kapitän, der Kurs hat sich geändert. Ja, wisst ihr was, wir hätten vielleicht eine Nacht drüber schlafen sollen, dann mit Billy hier, deswegen bist du nämlich auch dabei, dann hättest du noch jemanden stechen können, dass der den Leuten erzählt, warum wir jetzt noch abzuhauen. Das können wir morgen, der Einzige, der unserem eigenen Plan zugehört hat. Wir haben doch gesagt, für die erste Nacht ändern wir jetzt den Kurs und dann gucken wir am nächsten, ja, und dann werden sie es am nächsten Tag irgendwann merken und dann steche ich denen die Innereien aus. Was ist denn, wenn sie es jetzt gleich noch merken, wieder korrigieren? Glaube ich nicht. Die sind doch völlig verblüht. Die gucken doch da drauf. Denen ist mega schlecht, vielleicht sterben die sogar. Da kommen die aber auch gar nicht mehr wieder und das Boot fährt ja auch von alleine, die gehen jetzt vielleicht wieder ins Bett. Ich gehe sowieso davon aus, dass die sterben. Na dann sollten wir vielleicht wieder rausgehen und einer von euch bleibt hier und guckt, ob die Menschen wiederkommen. Dann bleib ich hier, weil mich haben sie hier schon gesehen. Aber die merken doch, das ist vielleicht nicht so gut, dann soll ich vielleicht doch mitgehen. Dann bleibst du vielleicht hier? Kannst du dich nicht? Ich kann mich gut verstecken. Können wir irgendwie, hier ist doch so ein Mülleimer, dann machen wir die Mülleimer umgedreht auf dich und du... Nein, dann ist er ja gefangen. Der ist doch nicht gefangen, kann ich den Mülleimer doch umdrehen wieder. Das ist wie mein Zuhause. Du hörst zumindest mal rein und man sieht sich nicht. Ja, halt hier. Aber dann sollte ich bleiben, weil ich Menschen verstehen kann. Also, was tut ihr? Ich bleib da in einem Mülleimer. Wir legen so ein paar Zettel drauf. Ja, ja. Also ich versteck mich da im Kontrollraum. Wo? Naja, was gibt's denn da? Im Mülleimer gibt's ja wohl. Ja, im Mülleimer, da gibt's irgendein Fach, irgendeine kleine Luke. Ja, da gibt's einige so Aktenordnerschränke und wo verschiedene Ordner drinstehen und ansonsten. Es gibt auch einen Mülleimer. Dann kannst du besser rausfliegen sofort. Geh in den Mülleimer. Im Mülleimer, wir machen ein paar Papierdinger drüber. Ich in den Mülleimer. Alles klar, Baron fliegt in den Mülleimer. Wir machen so ein Papier drüber, damit man ihn nicht mehr sieht. Alles klar, ihr überdeckt ihn mit Papier. Wir hauen ab. Gut. Okay. Ihr habt jetzt aber, beim Schiff hat sich nichts verändert. Wie? Wir haben doch den Kurs geändert. Den Kurs geändert. Und er hat da hingesteuert. Du hast noch nichts gesteuert. Ach so. Du hast noch nichts getan. Noch nichts passiert. Ihr seht nur den Pfeil, der sich von 0 Grad voraus geändert hat in 12 Grad nach rechts. Ach so, ich dachte, du hättest schon. Dann steuere ich das Schiff jetzt auf den neuen Kurs natürlich. Alles klar. Und gehe davon aus, dass es einfach weiter in diese Richtung fährt. Du veränderst den Kurs. Das ist der Pfeil, wie er gerade ist. Ja. Gut. Pfeil ist gerade. Du hast den Kurs geändert. Ist das nicht so navi, wenn man es eingibt, dass es dann auch dahin fährt? Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ich drehe es jetzt einfach auf Kurs. Und dann verlassen wir vielleicht den Raum. Gut. Ich gucke noch kurz auf Ecolot mit Schallwellen, den Abstand vom Meeresboden. Äh, 4 Kilometer. Oh, das ist schon weit draußen auf dem Meer. Oh, okay. Gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, also ihr geht wieder. Gibt es überhaupt 4 Kilometer? Wie lange wusste ich die Varianten haben? Also, wir gehen wieder hier aufs Unterdeck zurück. Ihr geht aufs Unterdeck, der Baron bleibt im Kontrollraum zurück. Gut. Gut, und jetzt warten wir ab. Ja. Wir warten eine Weile. Wir warten eine Weile. Ach nee, du bist ja der Schlüsselmann. Haben wir den Schlüssel mitgenommen? Nee. Nee, den habt. Hast du ja nicht mehr. Jemand hat den ja wohl. Mal ganz im Ernst, die Schlüssel hätten wir auch wieder zurücklegen können. Wir können damit eh nichts mehr anfangen. Nee, wir können immer noch probieren, ne? Aber die suchen wir die ganze Zeit danach. Egal. Selbst wenn wir nach New York fahren, kann ich es ja immer noch unterwegs probieren. Ja. Also, dann schlafen wir jetzt irgendwo, wo es sicher ist. Gut. Also, ihr versteckt euch erstmal. Erstmal lasst mal lieber, also ich würde lieber warten, bis es ist, ob da sich wieder was ändert, wenn die in 3 Minuten zurückkommen und den Kurs wieder zurückdrehen und der Baron kommt dann angeflogen. Nee, dann wird der Baron uns Bescheid sagen. Ach du, stimmt. Dann kommst du sofort angeflogen. Okay, dann schlafen wir so lange, bis du angeflogen kommst. Wir sind eh schon weg. Ja, ich glaube eine Nacht ist sowieso der gleiche Kurs. Ja, komm, wir pennen jetzt. Ja. Also, es dauert eine Weile und erstmal passiert eine ganze Weile nichts. Und dann irgendwann kommt dein guter alter Freund, den du schon kennengelernt hast vom ersten, Gregor, kommt auf die Brücke gelaufen, öffnet die Tür und entspannt, schlendern setzt er sich auf den Stuhl. Und es dauert eine Weile und er guckt sich um. Ja, was ist das denn, Mensch? Und er guckt sich an und sagt, er geht wieder aus dem Raum raus. Geht wieder nach unten. Gut. Ich schlafe. Ich auch. Nach einer Weile kommt er zurück mit einem anderen Menschen. Zwei weitere Menschen kommen zurück und gucken sich das an. Du, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Du, das war vorher noch alles anders, Mensch. Gucken in den Dokumenten rum. Nee, im Logbuch steht nichts. Du, keine Kursänderung. Was ist denn da los, Mensch? Ja, keine Ahnung. Du, ich weiß auch nicht. Nee, lass das mal wieder. Wir tippen wieder rum und du siehst auch, er setzt Steuerrad ganz sanft, ändert er den Kurs wieder zurück. Zwölf Grad nach links. Gut. Wir können ja noch das mit dem Schmuckschiff machen. Das ist viel zu hochwertig. Ey, das klappt auch alles. Ja. Können wir, nee, wir schlafen ja, oder? Wollen wir nicht einfach mal schlafen? Ja, warum? Ja, machen wir doch. Er schläft doch auch da. Nee, ich glaube, er überlegt. Klar schläft der Müll. Gut, also, ihr zieht euch wieder zurück zu eurem Lager mit den ganzen leeren Wasserflaschen. Und ja, es ist wirklich sehr ungemütlich dort. Ihr liegt auf einer Metallplatte, auf einer kalten Metallplatte im kalten, eisigen Wetter. Nicht eisig, aber es ist kalt. Es ist September. Ja. Und, aber, wenn das für euch ist, dann... Wir können auch in die Rettungsboote, da sind auch Decken und alles. Na, aber du kannst da hin, aber wir können nicht da einfach da hoch. Dann bringe ich euch kurz die Decken. Ich hole die Decken, du hast vorhin gesagt, es geht. Das wäre super nett. Ja, überhaupt kein Problem. Du kannst dich relativ frei da bewegen, du holst Decken. Ich hole Decken. Und ihr wickelt euch in Decken ein und liegt da. Och, ist das schön. Ich nehme mein Kopfkissen auch wieder raus. Und ihr schlaft ein. Geil. Oh. Ich mach schon mal hier. Du sitzt im Papierkorb, du hörst, die werden sich... Ich kann mir das auch nicht erklären, du. Ich weiß nicht. Wie geht's den anderen? Ja, aber nicht so gut. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich glaub, die haben was Schlechtes gegessen. Müssen wir mal angucken. Schau sich Rainer morgen mal an. Ja, ich kann jetzt auch erstmal nichts machen. Also die beiden bleiben auch da. Die bleiben jetzt erstmal da, ja. Ja. Kann ich nur... Okay, hinzu. Schlagen. Gut, du schläfst. Alles klar. Ihr regeneriert alle, sowohl Limspunkte als auch Giftpunkte. Zwei. Du kriegst fünf, ne? Nee. Drei. Nee. Vier. Ich krieg noch mehr. Zehn. Zwölf. Ich hab doch Gift wie zwölf. Ja. Also regenerier ich sieben. Drei, vier, fünf, ne? Neunundvierzig, sechs. Wow. Einundfünfzig hab ich wieder. Sieben, klar. Ich hab wieder einundfünfzig. Ich bin fast wieder ganz... Ich hab jetzt mal ja nichts anderes gemacht, als Schnabelgift zu steigern. Einundfünfzig. Du bist wahrscheinlich wieder voll, Baron, nehm ich an. Genau. Ja. Ja, ihr seid alle voll, glaub ich. Nee, fast Cooper nicht. Okay. Einundfünfzig hab ich. Gut, ihr wacht wieder auf. Die Sonne strahlt euch aufs Fell und auf die Federn. Eure warmen Decken haben euch die Nacht soweit ganz gut durch die Nacht gebracht. Und ein leichtes Hin und hier Schaukeln begleitet euch. Ihr guckt euch mal so ein bisschen um und ihr seht über euch die Sonne und die Wolken und ansonsten gar nichts. Ihr guckt euch um 360 Grad um euch rum. Ich hab wirklich nichts. Morgen. Hallo. 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 Wisst ihr, was komisch ist? Was denn? Der Baron ist ganz wieder da. Doch, der hat bestimmt eine gute Nacht gehabt. Ach, der hat bestimmt. Und ich wollte mal sagen, es tut mir leid, dass ich gestern so schlecht drauf war. Mir geht's heute besser. Es war schön an der frischen Luft. Das ist schön. Aber sag mal, jetzt wissen wir gar nicht, sind wir jetzt in die richtige Richtung weitergefahren oder haben die das wieder zurückgedreht? Das wissen wir gar nicht. Der Baron müsste vielleicht mal zu uns kommen und uns das erzählen. Vielleicht wacht er ja irgendwann mal auf und kommt zu uns und erzählt das uns. Bring Brötchen mit. Baron, du wachst auch auf. Das Innenpapier. Ist die Brücke leer? Nee, ne? Du guckst, es sind mittlerweile wieder zwei andere Leute da. Mhm. Also nicht die beiden. Nein, zwei ganz neue. Zwei ganz neue, okay. Ja, kann ich dann heimlich durchs Fenster rausfliegen? Also aus dem Papierkorb erstmal raus, vorsichtig. Dann bräuchte ich eine erfolgreiche heimlich- und eine erfolgreiche Fliegenprobe, bitte. Ja, haustau, ey. Ich habe im Keller gepennt heute. Das ist noch keine Werbung. Vier? Ja. Passt. Zauber, acht. Ja, passt. Also, du schlüpfst aus dem Papierkorb raus und in einem unbeobachteten Moment steigst sie in die Luft und durch das Fenster und flatterst zurück zu deinen Kumpanen und der Baron kommt angeflattert. Hallo, Baroni. Hey. Hey, guten Morgen erstmal. Sind die nochmal wiedergekommen? Ja, also, der, ähm, mein Freund kam zurück und ich glaube, die haben das wieder zurückgestellt. Och, schade. Die haben sich da beraten und haben gemerkt, dass was verstellt war und jetzt, glaube ich, fahren wir wieder in das andere Land, was du meintest. Buenos Aires. Ich will den auch als Freund haben. Wieso hast du den denn als Freund? Ja, hat sich irgendwie so ergeben. Über so eine Schiffsreise nähert man sich ja auch an, ne? Ja, ist natürlich blöd. Jetzt wissen wir, okay, wenn wir das machen, die merken das sofort. Okay, die merken das. Ja, also, ich kann euch ja nochmal anbieten. Ich kann, ich habe jetzt wieder Energie. Ich kann jemanden stechen, aber was machen wir damit? Na gut, pass auf. Achso, schon. Ich glaube, wir müssten den stechen, der allen anderen Menschen sagt, dass es das Richtige ist, nach New York zu fahren. Das ist diese Person mit diesen vier Streifen. Habe ich gerade gelernt, das ist der Kapitän und der hat das Sagen. Ja, ist das nicht mein Freund? So, wir haben folgendes Problem. Ist es nicht Gregor? Was ist denn unser Problem, Billy? Folgendes Problem ist, ich kann den stechen. Den hast du schon gesehen. Das ist schon der Kapitän. Das war der, der gestern nach den Kranken kam. Der geholt wurde von dem. Also, ich kann diesen Mann stechen. Dann kann ich ihm sagen, dass er der ganzen Crew sagen soll, wir müssen nach New York, es geht nicht anders. Aber nach 60 Sekunden wird er wieder sagen, Moment mal, wir sind falsch. Ich könnte aber in der Zeit auch von Bord springen. Aber, wenn der Kapitän von Bord ist, dann werden die sicherlich auch hinterher oder dann werden sie vielleicht den versuchen zu retten. Ich glaube, ja. Und wenn du dann sagst, ich gehe jetzt erstmal in meine Kajüte für vier Wochen. Mir ist ganz schlecht. Folgt mir bitte nicht. Das könnte ich auch machen. Aber dann wird er ja nach 60 Sekunden aufstehen und wieder an Bord gehen. Was ist? Und dann springst du natürlich an Bord. Aber du sagst vorher, stört mich bitte nicht. Ich bin erstmal vier Tage weg. Du bist jetzt der Chef. Das könnte ich machen. Ich müsste nur in 60 Sekunden den Leuten gut erklären, dass wir jetzt nicht zum eigentlichen Ziel, sondern nach New York wollen. Hier steht noch was. Okay, was ist denn? Die Kapitäne sagen oft, Ahoi, ihr Landraten. Dann sagt, aber ich kann das nicht sagen. Ich kann nur quack, 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 quack. Du bist doch dann der Männer. Kann er dann so in dem Moment? Ja, du kannst als Mensch sprechen. Als Mensch kann ich sprechen. Was ist denn, wenn du allen sagst, wir müssen mal die Rettungsboote testen, dringend, ob die wirklich stabil genug sind für die ganze Crew? Ja. Das habe ich von oben gehört, den Funkspruch habe ich erhalten und in dem Moment, wenn die da drauf sind, entweder testen sie die und benutzen die kurz für so ein kurzes Stückchen oder wir schneiden halt in der Zeit die Rettungsboote. Aber von Bord kriegen wir die ja alle, das ist ja kein Problem. Wollen wir doch nicht. Wieso wollen wir das nicht? Wieso ist das kein Problem? Ich habe das fünfmal vorgeschlagen, wie wir die von Bord kriegen, alle. Mit dem Geisterspuk? Das zum Beispiel. Ich habe auch gesagt, wir sollen die über einen langen Zeitraum traumatisieren, oder was? Feuerlader gehen die nicht von Bord, Mann. Wir wollen doch nur den Kurs ändern, die müssen doch nicht von Bord gehen, die steuern uns doch dann... Ja, aber sonst kommen sie doch jede Nacht mehr. Ja, aber wenn der Kapitän denen sagt, wir fahren jetzt nach Buenos Aires nicht mehr, sondern nach New York... Ja, aber wie gesagt, der wird sich das nach einer Minute wieder anders überlegen. Ja, und deswegen springt der doch von Bord und sagt, ich bin erstmal meiner Coyote für drei Tage, bitte stört mich nicht. Ich könnte vorher noch mit meinem Kopf so an die Reden schlagen und dann über Bord springen, dann bin ich definitiv tot. Der muss ja nicht sterben, er kann natürlich... Was ist denn halt... Ich springe an den Anker und dann ist er auf Anker hängen. Warte mal, du hast doch auch so ein Ding gesehen da bei dem Rettungsboot. Was ist denn, wenn er sich das nimmt und du den Kapitän steuernst und der alle anderen bummst? Neue Idee! Wir können ja hier alle umbringen. Ich habe noch eine neue Idee. Ja. So, pass auf. Du sagst, als Kapitän, wir ändern jetzt den Kurs nach New York und dann wirfst du dir drei von diesen Rattengiften rein, was viel mehr ist als die von eben. Dann sterbe ich und dann sagen wir... Nein, die sterben ja nicht, dann vielleicht geht es ihm richtig, richtig... Natürlich stirbst du, wenn du drei Rattengiftinger isst. Weißt du doch nicht. Doch. Dann zwei. Alles sehr gute Ideen. Wir gehen ganz kurz nochmal in die Bedenkpause und schauen dann, wie es weitergeht auf dem sichersten Containerschiff. Zwei Rattengiften. Bis gleich. Macht's gut. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei 9-11 Animal Squad. Wir befinden uns immer noch auf dem Containerschiff und die vier tapferen Tiere hacken einen gemeinen Plan aus. Bitteschön. Also und zwar war ja die Idee, dass ich ihn steche. Ich steche den Kapitän, er sagt der ganzen Crew, wir müssen nach New York. Die Crew akzeptiert das, weil es der Kapitän ist. Nach einer Minute wäre der Kapitän ja aber auch wieder bei Sinnen und würde sagen, Moment, nein, dann war ja die, dass wir ihn töten. Aber wir könnten es auch so machen, dass ich ihn steche. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, das Opfer fällt in Ohnmacht und das Schnabeltier kann beliebige Erinnerungen des Opfers manipulieren. Ich steche den Kapitän, pflanze in seiner Erinnerung ein, dass er in der Nacht einen Anruf bekommen hat von mehreren Vorgesetzten in allen Hafencities dieser Welt, dass dieses Schiff definitiv nach New York muss und es gar keine andere Möglichkeit gibt. Und dieses Schiff muss nach New York und keiner widerspricht. Das ist mein Plan. Das finde ich einen guten Plan. Das können wir ausprobieren. Soll ich dir vor sich aber schon ein Rattengift noch mitbringen? Nein. Okay. Hast du noch ein Gummibärchen? Nein. Gut. Aber Salami. Wie kommen wir an den Kapitän? Naja, der kennt doch den Baron schon. Baron lockt ihn mal wieder rüber. War der Kapitän das? Das war ein anderer tatsächlich. Den habe ich nur nachts gesehen, als sie das zurückgeändert haben. Da war der Kapitän dabei. Aber wie schaffen wir es denn auch, dass dann, ach nee, du brauchst ja nur den Kapitän. Das ist ja nicht mehr diese Zeitbegrenzung dann. Genau. Das ist ja einfach. Ich würde sagen, der Kapitän ist ja bestimmt auch mal draußen irgendwo. Ja, und auf der Brücke bestimmt auch mal. Genau, dann fliegt einfach du mit Billy hoch und du lässt ihn einfach auf den Kapitän fallen. Ich kann auch einfach zum Kapitän laufen, oder was? Okay. Dann fliegt er wieder gegen die Scheibe und hat drei Schaden. Okay. Okay, versuch's. Alles klar, was macht ihr? Du gehst jetzt mal in die Luft und gibst mir ein Zeichen, sobald der Kapitän mal ungefähr alleine umläuft irgendwo, dass ich zugänglich ihn packen kann mir. Dann steig ich in die Luft. Gut, was suchst du? Ich suche den Kapitän. Jetzt auf den ersten Blick, du siehst ihn weder durch die Fenster auf der Brücke noch andeckt. Gut, anderer Plan. Aber du kannst es auch warten. Du siehst ihn so auf den ersten Blick nicht. Also ich such mir irgendeine Position, eine Hüte, ja, und warte bis ich den Kapitän. Alles klar, der Baron ist erstmal weg. Ich würde Schlüssel versuchen. Alles klar. Alles klar, eine Stunde vergeht. Innerhalb dieser Stunde siehst du den Kapitän einmal in dem Kontrollraum. Komm nach oben und erhebt mit den anderen Leuten. Also ist er jetzt gerade da quasi? Wenn du darauf reagieren möchtest, du siehst, er läuft die Treppe hoch, ist im Kontrollraum und spricht mit den Leuten. Sprich mit zwei anderen, die dort sind. Ja, das sag ich den anderen gut. Du fliegst, sorry, der Baron kommt angeflagert. Und ist er alleine jetzt? Nee, er spricht euch gerade mit zwei Leuten tatsächlich. Ja, dann sag mal, wenn der wieder rausgeht und dann schlagen wir zu. Ja, warte doch du da unten schon mal. Ja, ich geh schon mal dahin. Geht ihr beide doch da rüber jetzt. Okay. Wo geht ihr hin? Der Baron kommt hier nach der Aussichtsplattform. Ja, und du? Der geht schon mal dahin zur Treppe. Du machst dich hier schon mal bereit. Ja. Alles klar. Gut, okay, ich beobachte den Kapitän weiter. Ja. Der ja noch in der Brücke ist wahrscheinlich. Ja. Im Kontrollraum. Einer der anderen beiden öffnet die Tür, geht die Treppe runter, öffnet eine Etagetiefe, Tür geht da rein. Mhm. Irgendwann geht die Tür unten wieder auf, die selbe Person kommt wieder raus, geht die Treppe hoch, öffnet die Tür wieder und geht in die Kontrollraum. Das dauert eine Weile. Die Tür oben geht nochmal auf und der Kapitän tritt da raus, legt seine Hand auf das Geländer und geht die Treppe runter. Ich sage Billy Bescheid, dass der Kapitän gerade, der Kapitän ist da gerade, geht gerade die Treppe runter. Ich renne so schnell, wie es geht zu ihm. Heimlich oder schnell? Was wäre denn schnell? Mega lahm. Also wirklich, Sprint schnell wäre Gewandtheit, aber ansonsten einfach nur, ob du, ob es egal ist, ob du gesehen wirst oder nicht. Heimlich? Ne, heimlich. Gut, dann heimlich. Eigentlich ist es egal, aber ich mache jetzt mal heimlich. Ja, heimlich. Gut, also, du flitzt zum Kapitän und der Kapitän steigt die Treppen runter, ist und auf der unteren Etage angekommen, liegt die Hand auf die Klinke der unteren Tür, als du bei ihm ankommst. Jawohl. Ich steche ihn. Gut. Wie stehst du ihn? Mit dem Ohnmachtding. Mit dem Ohnmachtding. An den rechten Fuß. Alles klar, dann würfel mal Gift. Aber mit dem Zwölfer, ne? Ja. Obwohl das nicht das W12-Gift ist, aber ich habe das auch. Ja, naja, 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 naja. Okay. Wenn das jetzt nicht funktioniert, Leute, ey, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist das Wichtigste jetzt überhaupt. Komm, schau, Billy Gift. Komm! Ja! Yes! Ich brauche vier Giftpunkte. Kostet vier Giftpunkte. Du holst seinen Stachel raus, stichst ihm direkt in den Knöchel und der Kapitän wankt. Fisting. Und findet das Gleichgewicht nicht mehr und fällt hin. Fällt auf die harte Treppe. Jawohl. Jetzt pflanze ich in ihm folgende Informationen. Ja. Dein Boss in der Heimat hat angerufen, in der Nacht. Dein Auftraggeber in Buenos Aires hat angerufen, in der Nacht. Und der Mann in New York, der für die ganze Hafenkontrolle zuständig ist. Die haben alle angerufen, ihm gesagt, es ist unfassbar wichtig, dass dieses Schiff auf keinen Fall nach Buenos Aires darf. Sondern nach New York muss. Es war ein großer Fehler, diese ganze Planung war ein großer Fehler. Es muss absolut und die ganze Crew muss dahinter stehen. Dieses Scheißschiff muss nach New York. So schnell es geht, schneller als geplant. Bitte ruf uns nicht mehr an. So schnell, was? Bitte ruf uns nicht mehr an. Wie, ruf uns nicht mehr an. Bitte ruf uns nicht mehr an. So schnell, wie es nur geht. Keine Widerrede. Es ist alles abgesichert. Wir gehen nach New York. Ruf nicht an. Notfall. Gut. Ihr beobachtet, wie Billy auf die Treppe schnell ihn sticht und er zusammensackt. Und er liegt jetzt dort. Billy entfernt sich wieder ein Stück. Er drückt ihm seinen kalten, nassen Schnabel auf die Bange. Ihr beobachtet, wie die Tür des Kontrollrahmens aufgeht. Eine Person nach draußen guckt, ohne im Begriff ist, die Treppe runterzugehen. Lenkt ihn ab. Wenn der sieht, dass der Kapitän gerade Ohnmacht war, dann glauben die dem nicht. Ja, okay. Aber geht er auf derselben Seite raus? Ja, auf derselben Seite. Auf der linken Seite. Lenkt ihn ab. Lenkt ihn ab. Kräh, kräh, kräh. Ja. Würfel mal süß. Oder einschichtern, je nachdem. Aber du musst irgendein Stück was haben. Ja, okay. Süß. Was ist ein Würfel? Liegt der noch? Ja. Meiner, sorry. Das war der goldene Würfel. Eins. Gut. Ignoriert dich. Ich werfe einen Fernbeginal. Du hörst über dir, dog, dog. Und du siehst nach oben durch die Gitter wie zwei Stiefel über dir auf der Treppe stehen. Mit meinem Schnabel hau ich dem Kapitän, der auf dem Boden liegt, so stark wie es geht, mit meinem Schnabel in die Eier. Der Kapitän ist ohnmächtig. Ja. Ich hau ihm ja nur in die Eier. Okay, dann würfel mal eine Attacke. Also was? Ich hätte auch was jetzt. Also auf Kampf. Ach, Kampf! Naja, ich hau ihm ja nur in die Eier. Der Typ ist, der Typ wird davon aufwachen. Oh. Drei. Ja. Du haust ihm in den Schritt, passiert nichts. Okay, pass auf. Ich sehe ich das? Ihr beiden seht, dass der zusammengesagte Kapitän liegt und eine Etage drüber kommt jemand zur Tür raus und ist im Begriff, die Treppe runter zu gehen. Ich werfe die Fernbedienung, versuche da oben gegen die Fensterscheibe zu werfen. Das ist ja also hinter ihn, dass er denkt, oh, was ist das denn gewesen? Gut, das ist eine recht hohe Distanz. Das stimmt, aber ich bin auch sehr stark. Würfel mal Gewandtheit. Klar, gerne. Mit dem Achterwürfel. Alles klar, du wirst die Fernbedienung und sie fliegt komplett vorbei und die sang und klanglos irgendwo nebenbei unter. Anton, was tust du? Ich habe keine Gegenstände, ich kann auch, wenn ich jetzt heule oder so, das ist alles viel zu auffällig. Dann fliegen wir so oder so auf. Ich bleibe einfach stehen und mache gar nichts. Alles klar, Anton. Warum? Ja, ich habe doch bestimmt schon mal. Er nimmt die erste Stufe auf der Treppe nach unten. Ich färfe noch mehr Sachen weg. Also, ich habe doch bestimmt schon mal so ein Schiffshorn gehört jetzt am Hafen. Ja. Also, ich kann jetzt Stimmen imitieren und würde gerne so ein Schiffshorn imitieren. Kannst du Geräusche imitieren? Ja, W8. Also kann ich Geräusche imitieren. Alles klar. Gut, wir dürfen mal Geräusche imitieren. Nice. Sehr gut. Vier. Dann bitte. Sauber. Alles klar, der Matrose hält inne und guckt sich um. Was tust du? Ich werfe noch den Autoschlüssel. Gut. Wir fangen rein. Fünf. Fünf, okay. Du wirfst den Autoschlüssel in hohem Bogen, knallt er gegen die Scheibe. Der Mann dreht sich um und geht in den Raum. Willi. Cool. Du siehst, die Person ist umgedreht und geht in den Raum. Okay, mach. Der Kapitän liegt immer noch ohnmächtig vor dir. Ich hau dem Kapitän mit meinem Schnabel gegen das Schienbein. Okay. Wirf in der Attacke. Sechs. Ja. Du schlägst ihm in den Schienbein. Nichts passiert. Anton. Du siehst das Ganze, er dreht sich um und geht wieder in den Kontrollen. Was ist der Kapitän jetzt auf, wenn ich seine Wunden lecke? Du bist nicht mal dort. Aber wenn ich jetzt rüberlaufen würde und würde das machen, würde das dem Kapitän... Da er nicht aufgrund von äußeren Wunden, sondern innerer Gift ohnmacht ohnmächtig worden ist, nein. Mach ich nach wie vor nix. Gut, Anton. Fuck. Baron. Ja, dann mach ich noch einen Wolf nach. Weil wenn ihn das nun nicht mal dazu rührt, vielleicht mal nach... Gut, ganz gut, er ist jetzt wieder umgedreht, er ist wieder in den Kontrollraum. Achso, er ist schon wieder drin. Achso. Okay. Okay, so egal. Sorry. Ja, dann... Achso. Telepogieren wir unseren Sieg. Ja, dann brauch ich erst mal nix machen. Okay, er liegt immer noch auf der Treppe. Okay, ich würde was machen? Ich würde Billy... Wollen wir den Kapitänflächen verschieben? Ich würde Billy eine Wasserflasche von hinten rüberrollen. Zu ihm so. Hier, Billy, nimm die Wasserflasche. Äh, okay. Du hast den Boden rollen. Okay. Okay. Wir haben noch Wasserflaschen da. Du bist ein ganzes Stück entfernt, ne? Also, die sind einen Stockwerk schon hochgegangen. Genau. Also, Billy ist doch unten noch da. Nee, Billy ist beim Kapitän. Der ist ein Stockwerk. Und darüber Stockwerk... Der ist noch gerade ins Schienbein getreten. Ich dachte, die wäre auch... Ein Stockwerk würde unter schon. Ja. Ich dachte, die wäre ganz unten auf der Ebene. Cooper, komm schnell! Hier, nimm mal Wasser! Ich glaube, der wird davon nicht wach. Ich weiß es nicht. Vom Wasser nicht? Weiß ich nicht. Ich habe dem schon die Eier und den Schienbein gehauen. Aber Wasser übers Gesicht wird doch jeder wach. Immer im Film. Im Film, ja. Beim Baron hat es auch funktioniert. Hm, stimmt. Oder wir verstecken den Kapitän mal erst mal irgendwo. Ich kann da jetzt nicht hoch. Die sehen mich doch. Sehen die? Würden die mich sehen, wenn ich dann... Momentan ist da niemand und die Glasscheibenraum ist drüber. Okay, ich würde mir eine Wasserflasche nehmen und hinhoppeln. Alles klar. Heimlich oder schnell? Normal. Normal. Gut, normal. Ich muss sie fallen. Alles klar. Du hoppelst und kommst an bei Billy Nobler. Steht neben dir. Da sehen wir die Wasserflasche und kippen den über die Kappe. Ich nicht. Ich gebe dir das lieber, weil ich... Die darf mich nicht sehen. Stehst du ja hier daneben. Der wird sowieso erst mal ganz... Die Fußwache werden. Dann haust du wieder ab. Kann man mal gucken, wo wir den wegziehen können von der Treppe? Ja, ihr könnt ihn in die Treppe noch runterziehen. Dann seid ihr wieder auf Decken. Unter die Treppe vielleicht? Ja, das ist so eine durchsichtige Metalltreppe. Also, dass man ihn nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man die Treppe runterläuft. Ja, ihr könnt ihn ja schon irgendwo verstecken, aber es ist halt nur nicht in nächster Nähe. Gut, dann würfel mal Stärke. Ich helfe auch mit. Gut. Dann auch Stärke würfeln. Was brauchen wir dann? Ich habe eine Drei. Vier. Du hast Plus Eins. Vier. Zwei. Sechs. Alles klar. Du nimmst den Kapitän auf die Schulter. Und wo läufst du immer damit hin? Hinter einen Container. Hinter den nächsten, die ich sehe. Also, du läufst hier hinter den Container. Billy, kommt mit. Ja, legen wir ihn ab. Gut. Ihr legt den Kapitän ab. Was tut ihr? Ich würde jetzt wieder weggehen, Billy. Und du versuchst mal, dass du mir Wasserflaschen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn der mich sieht, dass ich... Okay. Ich schütze ein kleines Tier. Ich würde wieder zu meinem Container gehen. Du schützt ihm die Flasche Wasser über den Kopf. Und du siehst, wie seine Augen langsam aufgehen. Und ich renne weg so schnell, wie es nur geht. Und du rennst weg. Ihr versteckt euch wieder. Und hier hören wir für diese Woche auf. Bei 9-11-Albumsquad. Ihr kriegt alle zwei Pfoten. Und wie es weitergeht, erfahren wir nächstes Mal. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann der nächste Termin ist. Höchstwahrscheinlich erst 2018. Aber bleibt da auf jeden Fall dran. Abonniert RockerBeansTV auf Facebook und Twitter. Dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit. Ja, vielen Dank an meine fantastischen Schubiler für diese Woche. Danke auch an alle, die so fantastisch mitgetwittert haben. Unter Hashtag 9-11. Ich habe schon ein paar coole Sachen gesehen. Und werde mir das nochmal in Ruhe alles angucken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und für die ganze Unterstützung an der Stelle. Vielen Dank von uns. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war 9-11-Anime-Squad. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.